Ja, hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zu diesem Beantwortungsvideo zum FAQ. Und zwar ist das Ganze ja jetzt viel früher erschienen als ursprünglich geplant. Normalerweise war es so ausgerichtet, dass ich das ein paar Tage laufen lasse, musste dann aber mit Erschrecken feststellen, dass die Fragen im Sekundentakt reinkommen. So viele Fragen, dass ich, wenn ich das hätte laufen lassen, vermutlich dem Ganzen nicht mehr her geworden wäre. Und das ist jetzt auch schon kompliziert genug, weil es sind ja wirklich viele geworden. Naja, es ist jetzt halb sechs ungefähr und ich habe das Ganze gestoppt und nehme das jetzt hier auf. Ich nehme das auch am Stück auf, werde das aber dann in mundgerechte Häppchen aufteilen, damit ihr das nicht euch am Stück anschauen müsst, denn keiner von euch wird ein bis zwei Stunden Akkus ertragen. Das kann keiner ertragen, glaubt mir. Und das Problem ist halt, dass ich bei einigen Fragen, so wie ich das jetzt schon gelesen habe, und da ich ja ohnehin den Drang immer habe, mich in überschwängliche Reden zu verlieren, wird das ein sehr langes Video. Und ich habe mich auch schon vorbereitet, habe mir hier einen Kakao hingestellt, den ich nochmal umrühre. Hier, hört ihr das? Lecker. Habe hier eine River Cola, sitze in meinem Leder-Chefs-Sessel und fühle mich wie der Boss schlechthin und bin in der richtigen Stimmung, um jetzt Fragen zu beantworten. Vorweg sage ich gleich, es tut mir leid, wenn ich eine Frage überlesen sollte. Das kann durchaus mal vorkommen. Ich hoffe, das wird mir nicht passieren. Ich werde keine Fragen doppelt beantworten, ist ja ganz klar. Also die meisten Fragen kamen auch doppelt, da bin ich eigentlich ganz glücklich drüber. Das spart ein bisschen Zeit. Und ich werde ansonsten aber alle Fragen beantworten. Wenn mir eine Frage zu persönlich ist oder ich die schlichtweg einfach nicht beantworten kann oder möchte, dann werde ich diese Frage trotzdem vorlesen, werde dann aber kurz sagen, nein, das will ich jetzt nicht beantworten. Dann müsst ihr das respektieren und wenn nicht, dann könnt ihr eh nichts dagegen machen. Das ist doch das Tolle daran. Ich bin ja der Herr meines Channels. So, wir fangen dann auch mal gleich an mit CoolSethPeth. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Und der fragt, was hältst du von Spielen wie Minecraft, also Freebuild-Spiele? Also Minecraft habe ich eine Zeit lang gespielt, nicht sonderlich lange. Und ich muss sagen, das ist eigentlich ein sehr grandioses Spiel. Die Idee, die dahinter steckt, ist schon mal sehr gelungen. Man muss sagen, Minecraft ist so ein Spiel, das lebt von den Ideen, von der Kreativität des einzelnen Spielers. Das wirft einen da rein und du kannst mit dem Spiel machen, was du willst. Und dass in einem Spieler, also in uns Gamern, diese Kreativität geweckt wird, das ist auf jeden Fall ein Faktor, die dieses Spiel, also das erfüllt dieses Spiel vollkommen. Und das macht es für mich auch einzigartig in dieser Machart. Das ist mir bisher so nicht vorgekommen. Und da gibt es ja eine riesen Community, die da ihre Texture-Packs macht und ihre ganzen Nachbauten. Was habe ich da schon alles gesehen für komische Raumschiffe und komische Nachbauten von berühmten Gebäuden? Also das ist wirklich fantastisch, was die Leute da auf die Beine stellen. Für mich persönlich ist das auf die Dauer zu langweilig. Ich bin auch nicht sonderlich kreativ und kriege da auch immer nicht tolle Sachen hingebaut. Da bin ich einfach nicht der Typ für, habe ich auch gar nicht die Geduld zu. Aber an sich ist das ein Top-Spiel, wird es aber als Let's Play bei mir nicht geben. Habe ich mal drüber nachgedacht, so als Laber-Projekt habe ich dann aber doch verworfen. Und ansonsten kann man über Minecraft eigentlich nichts Schlechtes sagen, meiner Meinung nach. So, dann geht es auch weiter zu BlackAngel844. Grüß dich, die ich kenne dich doch. Na, ich kenne natürlich alle meine Abonnenten. Das ist das Tolle. Die Namen, die sagen mir alle was, weil sie mehr oder weniger regelmäßig kommentieren. Und das ist echt eine klasse Sache. Und zwar, fangen wir an, die hat gleich mehrere Fragen. Welches ist dein Lieblings-Point-and-Click-Adventure? So, das ist natürlich auch eine sehr schwer zu beantwortende Frage, denn ich habe ja ziemlich viele gespielt in meiner Laufbahn. Ähm, ich muss sagen, ähm, ich würde mich jetzt erstmal auf die Klassiker versteifen, um da irgendwie einen Kompromiss zu finden. Die Monkey Island 3 ist mir natürlich immer in guter Erinnerung geblieben. Das war auch das erste Point-and-Click-Adventure, was ich gespielt habe damals. Und daher ist das natürlich so, der kleine Nostalgie-Faktor, der ist halt ziemlich groß dadurch. Und da hat man halt schöne Erinnerungen dran. Was ich auch immer sehr klasse fand, ist Day of the Tentacle. Das ist einfach ein grandioses Spiel. Und, aber auch Spiele wie The Book of Unwritten Tales, was ich ja hier erst im Let's Play kennengelernt habe, haben mir gezeigt, dass das Point-and-Click-Adventure an sich noch lange nicht tot ist und dass da immer noch hochkarätige Spiele produziert werden. Also da habe ich auf jeden Fall viel Hoffnung in das Genre. Und gerade Daedalic Entertainment, die werfen da ja ein tolles Spiel nach dem anderen auf den Markt. Das ist einfach fantastisch. Und ja, also ich kann gar nicht hundertprozentig sagen, welches jetzt mein Lieblings ist. Aber welcher jetzt mein Liebling ist, meine ich, ja, dass ich mich jetzt während des Videos wahrscheinlich zehntausendmal verhapsel, das kann durchaus vorkommen. Also macht euch da jetzt mal keinen Kopf und bitte seid gnädig mit mir. Ich muss nämlich ganz schön viel reden jetzt. Musik gibt es auch nicht im Hintergrund, sowas brauchen wir nicht. So, dann fragt sie, welche Konsolen Handhelds besitzt du oder Handhelds, um das jetzt mal cool auszusprechen. Oh, das ist schwer. Oh, das muss ich jetzt aus dem Gerächtnis kramen. Wenn ich jetzt zu meiner Linken schaue, steht da mein Fernseher. Da ist zur Zeit der Gamecube angeschlossen und die Playstation 2. In meinem Schrank habe ich noch eine Xbox. Ich habe eine Dreamcast. Ich habe einen Super Nintendo. Ich habe einen Nintendo Entertainment System, also den ganz normalen NES. Ich habe einen alten, klobigen, grauen Gameboy, um zu den Handhelds zu kommen. Ich habe einen GBA, ich habe einen GBA-SP. Ich habe hier, wie heißt das Ding nochmal mit Touchscreen? Nintendo DS, bin ich blöd oder was? Den habe ich in der normalen Version von damals und in der Lite-Version. Leider habe ich noch nicht den 3DS. Dann habe ich eine Playstation 1, also eine Playstation 1 habe ich glaube ich auch. Ich habe sogar diesen grauen Kasten. Das ist also die Playstation X, sagt man ja immer dazu. Und dann gab es ja irgendwie so eine Neuauflage von der Playstation. Die war dann kleiner und handlicher. Das war dann die Playstation 1. Die habe ich so in Weiß. Sieht ganz edel eigentlich aus. Ich hatte mal eine Xbox 360. Die habe ich dann aber irgendwann verkauft, weil ich Geldmangel hatte. Eine Nintendo Wii habe ich. Habe ich alle aufgezählt. Ich habe bestimmt was vergessen. Ich habe bestimmt was vergessen. Ich hatte glaube ich irgendwo mal so einen Wanda Sworn Color rumfliegen. Weil ich mir den damals mal bei Ebay geschossen habe. Habe ich aber kaum mitgespielt mit dem Teil. Kennt auch keiner. Ist auch total das urzeitliche Teil. Ach, Megadrive habe ich auch noch irgendwo rumliegen. Die guten alten Sonic-Spiele etc. pp. Aber es gibt noch viele Konsolen, die ich sowieso noch mal... Ach, Nintendo 64. Wie kann ich den denn vergessen? Ja, der wird natürlich ewig einen Ehrenplatz bei mir haben. Den habe ich auch. Und ich glaube, das war es erstmal. Ich habe wahrscheinlich die Hälfte vergessen, aber es ist jetzt auch unwichtig. Dein Lieblings-Pokémon. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Relaxo und Anton haben es mir schon angetan. Also Relaxo ist einfach so... Ja, der verkörpert einfach so meine faule Ader. Der ist so gechillt. Also Relaxo war immer ein nettes Pokémon, weil den konnte einfach nichts aus der Ruhe bringen. Der konnte zu jedem Zeitpunkt schlafen und fressen. Der war einfach genial. Und Anton, der ist halt Klassiker. Der ist halt so selten dämlich, dass es einfach Spaß macht, wenn er geschlagen wird und irgendwie erst 10 Minuten später reagiert. Das fand ich immer ganz lustig damals als Kind, als ich das in der Serie gesehen habe. Und auch in meinen Pokémon-Teams später in den Spielen habe ich immer dafür gesorgt, dass ich irgendwo einen Anton habe. Und das habe ich auch nicht entwickeln lassen. Das habe ich immer beim Anton gelassen, weil ich doof war. Oder wie auch immer. Denn die Erweiterung war doch Entoron, ne? Das war doch so ein blau-graues Ding. Das hatte doch irgendwie so eine Inder-Mahlpunkt auf dem Kopf, oder? So ein Juwel hatte das da im Kopf. In der Stirn, meine ich. Also, ja gut. Welche Musikrichtungen bevorzugst du und welche Bands magst du? Ja, es ist momentan nicht mehr so leicht, da ich gar nicht mehr so der krasse Musikhörer bin. Also hättest du mich das vor zwei Jahren oder so gefragt, hätte ich ganz klar gesagt so Metal, Rock, so ein bisschen die Schiene. Aber das kann ich jetzt mittlerweile nicht sagen. Ich höre eigentlich kreuz und quer. Ich höre auch gerne Spiele, Soundtracks und all so ein Scheiß. Also ich höre eigentlich alles, was mir gefällt. Das klingt so billig als Antwort, ich weiß. Aber momentan habe ich wieder Schandmaul für mich entdeckt. Das ist mehr so Volk. Aber das gefällt mir wirklich sehr gut. Das habe ich damals auch sehr aktiv gehört. Und jetzt habe ich es wiedergefunden. Und da habe ich mich richtig gefreut. Denn wenn ihr Musik lange nicht gehört habt, aber damals exzessiv gehört habt, ihr entdeckt die wieder. Das ist wirklich ein orgasmusähnliches Gefühl. Ihr glaubt das gar nicht. Also ich war richtig froh an dem Tag, als ich das wiedergefunden habe. Und da habe ich auch rauf und runter gehört. Aber ansonsten kann ich das so pauschal nicht sagen. Liest du Mangas? Wenn ja, welche sind deine Lieblinge? Ja, ich lese Mangas. Ähm, zur Zeit aber kaum, da ich keine Zeit dafür habe. Im Regal habe ich stehen. Welcome to the NHK. Genshiken, Blood Plus, Death Note, Bleach. Allerdings habe ich da irgendwann aufgehört. Hunter x Hunter habe ich im Regal stehen. Ähm, warte mal. Irgendwie habe ich auch noch welche im Regal. Ich glaube, ich hatte mal Sarch and Frog. Das ist eigentlich eine ganz putzige und lustige Geschichte. Gibt es auch ein Anime von. Aber ansonsten habe ich auch einiges online gelesen. Und da kann ich jetzt auch gar nicht sagen, was mir jetzt so am besten gefällt. Das ist wirklich, wirklich schwer bei Mangas. Weil da habe ich in meiner Laufbahn irgendwie alles mal ein bisschen angefangen zu lesen. Habe es dann nicht beendet. Und, ah, das ist wirklich schwer. Das kann ich nicht sagen. Also, bin sowieso mehr so der Anime-Gucker. Das ist so mehr mein Ding. Und da könnte ich euch auch nicht sagen, was meine Favoriten sind. Dann habe ich viel zu viele gesehen. Das geht gar nicht. Aber, naja. Das ist auf jeden Fall schon mal eine kurze Antwort. So, dann fragt mich der Odin BW. Bekomme ich ein Kind von dir? Klar, geh mal kurz raus. Da stehen drei Stück. Kannst du ja eins wegnehmen. Dann fragt der Peppercat8. Peppercat8. Kennst du mich noch? Na klar kenne ich dich. Du bist doch derjenige, der öfters mal meine lieben Zuschauer anpöbelt in meinen Let's Plays, wenn sie Antworten geben, die dir nicht gefallen. Hahaha. Nein, Spaß beiseite. Aber ab und zu musste ich dich schon mal zurückpfeifen. Also, du bist manchmal ein bisschen übereifrig, mein Lieber. Aber ansonsten bist du natürlich ein Zuschauer, den ich sehr zu schätzen weiß und dessen Kommentare ich auch gerne lese, die aber in letzter Zeit viel zu wenig kamen. Was ist los? Guckst du meine Videos nicht mehr? Ich glaube, ich muss wieder GTA spielen. Du warst doch voll auf GTA drauf, ne? Naja, egal. Dann frag mich MrKlugscheißer93, glaubst du an den Weltuntergang? Ja, kann man sich es denn leisten, daran nicht zu glauben? Aber du meinst wahrscheinlich an den Weltuntergang 2012? Nein, da glaube ich natürlich nicht dran. Das ist Schwachsinn. Was soll denn passieren, dass auf einmal die Welt untergeht? Blödsinn. Ähm, dass irgendwann die Welt untergeht, das steht ja außer Frage. Das wird irgendwann auf jeden Fall passieren. Die Frage ist nur wie und wann. So, das ist auch alles. Also an 2012, Quatsch, Quatsch, Blödsinn, Maya-Kalender, komm ey. Ganz ehrlich, also, ach, pfff, nein, glaube ich nicht dran. So, jetzt trinke ich kurz einen Schluck. RioCatLP fragt was. Ach, du alte Scheißhaus, was war? Das ist bestimmt wieder so eine Trollfrage. Warum hast du dich für eine Geschlechtsumwandlung entschieden? Waren die Nebenwirkungen sehr hart? Rio, das solltest du doch nicht verraten. Das ist doch ein Geheimnis. Ja, was meine lieben Zuschauer nämlich nicht wissen. Ich war mal eine Frau und hab mich dann umwandeln lassen. Und ja, man muss sagen, die Medizin ist da schon sehr fortschrittlich. Und die ganzen Hormone, die ich bekommen habe in Tablettenform oder auch in Spritzenform, die waren eigentlich relativ bekömmlich. Nein, Spaß beiseite. Ich bin Mann durch und durch. Und der Rio will mich nur trollen. Lass mich in Ruhe. Ich werde jetzt keine Werbung für dich machen. Abonniert den mal nicht. Der ist voll Kacke und so. So, jetzt kommt... Oh Mann, ihr euren Namen. Die kann ich auch nicht lesen. Maitre des Lames oder Maitre des Lames. Ich weiß es nicht. Hast du alle Fragen gelesen? Ja. Also habe ich im Vorfeld immer geguckt, wenn ich in meinem E-Mail-Postfach, da checke ich immer meine YouTube-Kommentare und habe ich die natürlich auch überflogen, aber nicht komplett gelesen. Das mache ich ja jetzt. Hast du dadurch, dadurch einen Orthographie-Krampf bekommen. Das ist sehr lustig, weil du selber nicht schreiben kannst. Deswegen solltest du dich eventuell nicht über die Schreibkünste anderer lustig machen. Das kommt nicht so gut. Ich würde euch gerne zeigen, wie das jetzt aussieht, was sie hier geschrieben hat, aber das lassen wir lieber mal. Oder eher. Wer auch immer es ist. Ähm. Nö, habe ich bisher noch nicht. Ich bin noch nicht besonders weit gekommen. Und solange ich lesen kann, was da steht, bin ich eigentlich relativ zufrieden. Ich muss sagen, an dieser Stelle bist du bisher derjenige, der am schlechtesten geschrieben hat. Trinkst du Bocklunder Würstchenwasser als Sektersatz, weil du auch ein kleiner Mann bist? Das ist übrigens eine Frage vom selben Ersteller. Und das ist eine doofe Frage, worauf ich jetzt spontan keine Antwort geben möchte. Weißt du, solche Troll-Spaß-Fragen. Weißt du, dafür war es nicht gedacht. Ich bin zwar ein lustiger Zeitgenosse, aber komm, muss das sein. Das spart, das kostet nur Zeit, wenn ich da jetzt irgendwie was Lustiges sage. Ähm. Dann fragt mich C... C... Nee. Cable. Cable? Kann das sein? Na, egal. In welchem Bundesland wohnst du? Ich wohne in Schleswig-Holstein. Das darf man wohl an dieser Stelle verraten. Das ist ja groß genug, das Bundesland. Ja, sorry. Ja, ist egal, ob das schon mal gefragt wurde. Jetzt habt ihr... Habe ich es nochmal beantwortet. So, meine Frage an Arkus. Bei welchem Endboss aus deiner Kindheit bist du am meisten verzweifelt? Und wenn, dann bitte noch dazu erwähnen, ob du dabei was kaputt gemacht hast. Das fragt mich der FrogSplash91. Und das ist echt blöd. Ich habe mich nämlich gar nicht vorbereitet vorher. Ich bin gar nicht in mich gegangen, um irgendwie tolle Antworten zu finden. Ich mache das ja ganz spontan und uncut. Ähm. Boss, der mir richtig, richtig Probleme gemacht hat als Kind. Und ich habe so richtig bockschwere Spiele als Kind gar nicht gespielt. Und damals, als ich wirklich klein war noch und unerfahren im Videospiel-Business, da haben mich schon Kleinigkeiten zur Weißglut gebracht, weil man halt noch nicht die spielerischen Fähigkeiten hat. Gut, die habe ich immer noch nicht, aber die man heute hat. Kann ich dir so spontan leider nicht beantworten. Ähm. Hm. Ich gehe ganz kurz nochmal in mich, überlege kurz, durchkrame gerade meinen Kopf, gehe gerade nochmal durch mein Spieleregal durch, aber... Nee, wüsste ich jetzt nicht. Das war bestimmt irgendwas für ein Super Nintendo. Und dann irgendwie was, äh... Irgendwas mit Scrolling oder so. Am besten noch so ein Shooter oder so. Solche Geschichten, weißt du, da war ich immer ganz schlecht drin. Und habe ich aber auch damals ab und zu mal gespielt, weil ich halt... Ich weiß es nicht, tut mir leid. Also Endboss meintest du ja auch, ne? Weiß ich nicht, egal. Geh mal weiter, geh mal weiter, geh mal weiter, geh mal weiter. Da fragt mich... Nee, das hatten wir schon, das hatten wir schon, das hatten wir schon. Hier sind wir jetzt weiter. So, da fragt mich der Bugfish101. Kaust du dir MW3 als Vollversion? Ha, ha, ha. Nach meinem grandiosen Let's Show? Natürlich. Ich war ja sowas von begeistert von dem Spiel. Und vor allem von der Community. Ich wurde ja richtig, äh, gut empfangen. Ich wurde auch gar nicht beleidigt oder so. Und an sich war das Spiel auch gar nicht, äh, blöd. Ne, ich finde, Modern Warfare 3 ist ein ganz schlechter Multiplayer-Titel. Und das liegt an ganz vielen Faktoren. Ähm, ich finde diese Abschussserien total dämlich. Die finde ich wirklich total dämlich, weil sie den Spielfluss teilweise immens stören, meiner Meinung nach. Und das habe ich in, äh, zwei bis drei Stunden Spielzeit schon gemerkt. Dann sind es solche Sachen, dass es bei den Waffen sehr große Unterschiede gibt. Das heißt, jemand, der irgendwie den ganzen Tag nichts anderes tut, als dieses Spiel zu spielen, der ist dann auch automatisch besser, weil er die besseren Waffen hat. Okay, eventuell ist das Belling-Szene doch nicht so verkehrt. Man trifft ja auch mit einer schlechten Waffe mal einen Gegner. Aber trotzdem finde ich, dass das da nicht so krasse Unterschiede geben sollte. Vielleicht behaupte ich auch, scheiße, jetzt kommen die ganzen Kiddies raus aus ihren Löchern, weil sie noch nicht ins Bett müssen und sagen, äh, das ist doch voll das beste Multiplayer-Spiel, was es jemals gegeben hat. Ja, das sagen die alle, aber ich bin nicht der Meinung. Grafisch ist das, ja, da hat sich seit dem ersten Teil nicht besonders viel getan, meiner Meinung nach. Und, ähm, spielerisch, ja, das macht irgendwie, weiß ich nicht, eine Stunde macht das Spaß. Und dann hast du keinen Bock mehr. Das ist einfach so unmotivierend, das ist immer dasselbe. Nun habe ich auch nicht großartig andere Spielmodi ausprobiert. Es kann sein, dass die noch total formidabel sind, aber, ähm, ich wage es zu bezweifeln, ganz ehrlich. Und, ähm, ein Deathmatch-Spiel kann mich bei anderen Titeln einfach wesentlich mehr erfreuen als bei Modern Warfare 3. Und daher macht es da was falsch, meiner Meinung nach. Ist einfach nicht so mein Ding. Und die 20 bereits geplanten DLCs? Achso, das wurde noch dazu gefragt. Ja, ähm, nein. Wurden die schon geplant? Das war wohl Ironie deiner Seite, wa? Wie findest du die neue Gaming-Generation? Fragt immer noch derselbe. Boah, was ist das denn jetzt für eine schwere Frage? Soll ich hier eine Stunde darüber lamentieren? Das könnte ich nämlich. Was meinst du mit der neuen Gaming-Generation? Das passt ja eigentlich auch zum Beispiel Modern Warfare 3. Es ist ja so, dass es, seit es das Internet gibt, sage ich mal, seit es das Internet gibt und seitdem Medien wie Videospiele immer populärer werden, seitdem der PC, ähm, schon von Kindheitstagen an im Wohnzimmer steht und benutzt werden kann von den Kindern zum Spielen oder was, seitdem das so salonfähig gemacht wurde, zieht das natürlich auch ziemlich viele kleine Hosenscheißer an, die im Internet dann ihre große Fresse aufreißen und sich dann ganz groß und mächtig fühlen, weil sie halt ganz viele Kilometer weit entfernt sind und dann trauen sie sich halt auch mal was. Das ist halt aber dadurch entstanden, dass es halt das Internet gibt und dass der Computer immer salonfähiger wurde. Das ist einfach, äh, das... Pfff, das ist einfach so. Also das merkt man auch an World of Warcraft, sage ich mal, ist mal ein anderes Beispiel, dass die Community mit der Zeit immer, äh, beschissener wurde einfach. Die Leute gönnen dem anderen nichts mehr, sie motzen sich nur noch gegenseitig an und das war am Anfang von World of Warcraft nicht so und in den späteren Phasen, da wurde das immer schlimmer. Die ganze Community war nur noch im Arsch und sich am Amkacken und hast du nicht gesehen. Und League of Legends, das ist mal ein Spiel, das ist sowieso das größte Piss-Spiel, was es überhaupt gibt. Das spiele ich mittlerweile auch nicht mehr, habe ich mal eine Zeit lang gespielt, war mal ganz lustig, aber die Community bei League of Legends ist der größte Dreckschrott, den es jemals gegeben hat. Also nach jedem Spiel, wenn das gegnerische Team verloren hat, heißt es gleich Noobs, Bläh, Bad Game, Rage Quits, Afkala, alles Mögliche. Das ist einfach, das ist kein Fair Play mehr, das macht keinen Spaß mehr. Und das ist teilweise wirklich schlimm. Und ich möchte aber an dieser Stelle nicht pauschalisieren, das trifft natürlich nicht immer zu, aber es gibt solche Fälle. Und deswegen ist die Gaming-Generation, vor allem ja die Gaming-Generation Online kann man sagen, ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit gerückt, aber ich glaube großartig anders war es noch nie. Wenn damals die Möglichkeiten bestanden hätten, dann wäre es damals genauso gewesen. So, die gibt es aber jetzt erst seit kurzem in Anführungsstrichen. Also ein bisschen ist das jetzt auch schon her, aber relativ kurz. Und daher kommt das halt ans Tageslicht. Und Leute, die einigermaßen klar bei Verstand sind, die kriegen das dann mit. So Leute wie ich und ihr, die merken dann, was für Trottel, was soll das, das macht mir voll das Spiel kaputt. Naja. Und die Gaming-Community, ja das habe ich eigentlich mit beantwortet, würde ich sagen, oder? Ich könnte damit natürlich noch, ich könnte das Ganze noch ein bisschen ausführen, aber dafür müsste ich mich vorbereiten und ein bisschen drüber nachdenken über das Thema. Wenn ich das jetzt so spontan aus meinem Gehirn sauge, dann ist das nicht so ganz so einfach. Aber ich denke mal, das ist erstmal als Beantwortung genug und drückt meine Meinung einigermaßen aus. Also an sich ist die Generation und die Gaming-Community nichts Schlechtes und nichts Gutes. Es gibt immer Kacke und man muss einfach ein Schirmchen reinstecken und sich denken, das ist ein Kuchen. Dann klappt das schon. So, was denkst du, wie lange das Video wird? Fragt der TonyR96. Ja, lange, denke ich mal. Wie lange rede ich denn schon? Wir können ja schon mal gucken. Kleinen Zwischenstopp. Ich rede jetzt schon 20 Minuten. Das ist ja, ich habe die zweite Seite. Geil. Okay, heißt du wirklich Arcus? Fragt mich der Legresse F1. Oh Leute, wie kommt ihr auf diese Namen? Könnt ihr mir das mal schreiben? Wie kommt ihr auf solche Namen? Das macht für mich gar keinen Sinn. Na egal, heißt du wirklich Arcus? Nein, natürlich heiße ich nicht wirklich Arcus. Das ist mein Nickname, den ich schon seit vielen Jahren im Internet benutze. Das ist auch schon alles. Die Geschichte, wie ich dazu kam, werde ich jetzt nicht erzählen, denn das war nicht die Frage. Haha. So, jetzt fragt der TonyR96 ganz viele Sachen und ich muss dafür nochmal ganz kurz meine Stimme befeuchten, also meine Stimmbänder. Wieso suchtest du Point-at-Click-Adventures eigentlich so? Ich werde mich jetzt mal bemühen, kurz und präzise zu antworten, weil ich sie mag. Was hast du für einen PC? Also grob, wie viel er gekostet hat und wie alt er ist und wenn du nur noch Details wie Grafikkarte oder Prozessor. Ja, ähm. Ich habe ohne Witz überhaupt nicht viel Ahnung von PCs. Ich bin mehr so ein Nutzer. Ich bin reiner Konsument. Ich interessiere mich auch für das ganze Dromborium gar nicht. Diese ganzen technischen Details und so und Hardware und so. Das muss laufen und die Spiele, die ich spielen will, die müssen auch laufen. Und das ist alles, was für mich zählt. Also, ich kann ein bisschen was erzählen. Den habe ich mal vor zwei Jahren jetzt schon gekauft für 500 Tacken. Das ist ein Sechskernprozessor von AMD oder so. Grafikkarte ist, glaube ich, keine ganz so schlechte... Ich kann mal kurz nachgucken. Eine, ja, ganz kurz. Ah ja, eine ATI Radeon HD 5800 Series. Was auch immer mir das sagen soll, ist, glaube ich, nicht ganz so scheiße. Ähm, ja, einen RAM habe ich, glaube ich, 4 GB. Ja, ich habe 4 GB RAM und der Rest ist ja eher uninteressant. Ähm, pfff, ja, pfff, toll, ne? Habe ich mich jetzt geoutet, ne? Ich bin jetzt voll der Versager. Ich habe keine Ahnung, wie mein PC überhaupt zustande gekommen ist. Den habe ich damals auf Ebay gekauft. Der wurde da irgendwie von jemandem zusammengebaut. Ganz günstig geschossen, habe ich mir gedacht. Komm, haust du rein. Und ich glaube, der hat nur 400 gekostet, nicht 500. Dafür war der wirklich günstig vor zwei Jahren. Das muss man wirklich sagen. So, was ist das Dümmste, was man machen kann? Was ist das Dümmste, was man machen kann? Weißt du, wie viele Sachen man machen kann, die dumm sind? Hä? Soll ich dir jetzt irgendwelche Sachen als Beispiel nennen? Ja, es wäre wahrscheinlich ziemlich doof, sich vor den Zug zu schmeißen, schätze ich mal. Dann wäre man ja tot. Das wäre kacke. Es wäre auch ziemlich dämlich, nackt einkaufen zu gehen. Das stelle ich mir auch ziemlich gruselig vor. Und ich glaube, die Leute würden da auch nicht so positiv drauf reagieren. Außer du bist, äh, George Clooney. Dann würden eventuell ein paar Leute ein Auge zudrücken. Ähm, so spontan fällt mir da jetzt gar nicht allzu viel ein. Es wäre zum Beispiel auch voll dumm, wenn du das tust, was ich mal gemacht habe und über die Hälfte deiner Videospielsammlung verkaufst, weil du in Geldnot bist. Und ich bereue es heute noch. Ich habe viele Perlen damals verkauft, äh, die ich heute mühsam mir wieder neu beschaffen muss. Und das ärgert mich immens. Und das ist wirklich eins der dümmsten Sachen, die man machen kann. Und da stimmt mir jedes Sammlerherz jetzt zu. Oh, oder auch ganz damals, ne? Die ganzen Spiele aus der Kindheit. Dass man die Verpackungen weggeschmissen hat. Wie dumm! Und die Anleitung hat man auch weggeschmissen oder vollgekritzelt am besten noch. Also, ähm, da könnte ich mir heute einen Arsch beißen. Ich hätte so viele schöne Raritäten aus dem SNES-Sektor mitgenommen, voll mit OVP und allem, wenn ich die Sachen nur nicht weggeschmissen hätte. Also, bleiben wir mal ein bisschen in meinem Terminus, in meinem Fachjargon. Also, nicht in meinem Fachjargon, was laber ich. In meinem Fachgebiet, wollte ich sagen, bei Videospielen. Das sind wirklich dumme Sachen, die man machen kann. Ähm, Brot kann schimmeln, was kannst du? Ich kann machen, dass die Luft stinkt. Ho, ho! Ja, ich bin auch lustig. So, äh, MM6 schon Telekinese. Might and Magic 6, hä? Ja, das ist ein Spruch von Chainsawman16, dazu sage ich jetzt nichts. Da habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Ich habe auch nie verstanden, was das sollte. Von daher, ich habe... Ja, da kommen wir auch später noch zu. Da habe ich auch Fragen zu bekommen, dann kann ich da später drauf eingehen. Wer ist dein Lieblings-YouTuber-Let's Player? Ähm, YouTuber will ich jetzt eigentlich gar nicht beantworten. Ich habe viele, die ich so ein bisschen verfolge, die ab und zu mal ein lustiges Video raushauen. Momentan finde ich Dr. Allwissen ganz lustig, der zwar viel zu selten ein Video raushaut, aber wenn, finde ich das immer ganz amüsant. Ähm, Let's Player. So, dann muss ich jetzt mal, äh, mich outen. Und zwar schaue ich mir eigentlich keine Let's Plays an. Ich finde nämlich Let's Plays prinzipiell scheiße. Ich gucke mir die ganz ungerne an, weil ich die meisten Let's Player scheiße finde. So, das sage ich jetzt hier frei heraus. Ähm, ich kann mir das einfach nicht anschauen. Ich spiele das viel lieber und, äh, mache selber Let's Plays dazu. Ich finde das tierisch blöd teilweise, weil ich auch nie unterhalten werde. Entweder habe ich Let's Player, die mir irgendwie jeden Schritt vordiktieren. Oder ich habe Let's Player, die irgendwie, äh, kaum was sagen. Oder ich habe Let's Player, die irgendwie nur Scheiße sagen, die ich nicht lustig finde. Oder ich habe aber Let's Player, die, äh, ja, so ganz, äh, einen auf informativ machen, dass ich da auch schon keinen Bock mehr habe. Die so ganz seriös sind, ne. So, so, das kriege ich gar nicht ab. Das ist ein Let's Play, Gottverdammt. Ich will unterhalten werden. Wenn ich das Spiel wirklich in allen Einzelheiten aufgedröselt haben will, dann spiele ich selber, mein Jung. Also, so ein unsinniger Mist. Da glaube ich manchmal wirklich einige haben die Definition von einem Let's Play nicht verstanden. Aber das ist auch, äh, eher zweitrangig. Ähm, Lieblings-Let's Player. Der einzige Let's Player, der mich wirklich ab und zu zum Lachen bringen kann, momentan, ist Gronkh. Ja, das ist ja zu Teil Klischee und das ist auch der Größte auf YouTube, aber es ist nun mal so bei mir. Ähm, er ist einfach jemand, der mich zum Lachen bringen kann, teilweise. Nicht immer. Manchmal ist das Ganze sehr am Straßenniveau. Ähm, aber das habe ich ja auch drauf. Von daher möchte ich mich da gar nicht beschweren. Ich finde es manchmal ganz lustig. Da gibt es natürlich viele Let's Player, die ich so nebenbei mal gucke, weil ich sie ganz gut finde. Der möchte ich jetzt aber keinen Namen nennen, weil ich garantiert welche vergessen würde. Und außerdem war ja die Frage nach meinem Lieblings-Let's Player und das ist halt Gronkh. Und, ähm, gibt es halt noch viele Let's Player, die ich gucken würde, ne? Also, die ich so, ich habe ja viele abonniert und da gucke ich immer mal rein und ab und zu finde ich dann auch mal ein Part gut. Aber so ein ganzes Let's Play von Anfang bis Ende zu gucken, das hat mich bisher nur bei Gronkh geschafft. Naja, hast du Hobbys, Alter? Also, ich meine sowas wie Handball, Fußball und das so. Ähm, ich bin Nerd. Ich mache keinen Sport. Überhaupt nicht. Ja, Sport ist Mord, Mann. Da halte ich es wie Winston Churchill. Da hat er es auch schon gesagt. Ähm, nein. Nein, mache ich nicht. Ich habe mal vor Ionen Fußball gespielt. Das ist aber so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, als was ich da gespielt habe. Ich glaube, ich war immer Verteidigung. Ich weiß es nicht. Also, nein, gar nicht. Also, ab und zu habe ich mal den Drang, so, du musst jetzt mal fitter werden. Du musst jetzt mal ein bisschen mehr Sport machen. Und dann versuche ich irgendwie, weiß ich nicht, mehr Fahrrad zu fahren oder so einen Käsesalat. Aber, nein, überhaupt nicht. Und zur Zeit auch gar nicht. Da habe ich nach der Arbeit gar keine Zeit und da keine Lust zu. Ähm, kletterst du gern auf Kletterwänden? Habe ich bisher nur einmal im Hansapark gemacht oder in einem anderen Freizeitpark. Ich weiß es gerade nicht. Und von der Schule aus, genau. Damals von der Schule aus waren wir da auch unterwegs. Und, nein, ich habe nämlich eine dezente Höhenangst. Von daher ist das gar nichts für mich. So, mehr will ich nicht wissen. Deine Lieblingsfarbe? Ja, schwarz. Ich weiß, ist keine Farbe. Ist mir auch egal. Leck mich am Hodensack. Haha. Spielst du in Spielen lieber als Mann oder als Frau? Was ist dein Lieblingsgenre? Fragt TheGamerLove141. Ähm, immer lieber als Mann. Ich bin ein Mann und ich muss nicht unbedingt eine Frau spielen. Ich fand Lara Croft auch nie besonders toll. Die konnte mich eigentlich niemals packen. Die stand zwar schon öfters vor meiner Tür, aber dann habe ich sie weggeschickt. Nee, also Lara Croft, äh, jetzt mal als Beispiel, ne? Man kann ja in vielen Rollen spielen oder so eine Frau spielen. Aber warum soll ich denn da eine Frau spielen? Nur damit ich mir Titten anschauen kann und einen geilen runden Arsch? Ich meine, dann kann ich mir auch ein Porno anschauen, dann muss ich kein Videospiel spielen. Nee, ist nicht mein Fall. Ich spiele lieber einen Mann. Was ist dein Lieblingsgenre? Ja, Point-and-Click-Adventure. Wer hätte es für möglich gehalten? Ich mag Jump'n'Runs. Ich mag Rollenspiele. Vor allem auch alte SNES-Klassiker. Oh, Terranigma oder Secret of Mana, ey. Das waren... Mein lieber Scholli. Aber vielleicht kommen wir ja noch zu diesem, äh, Bereich. Ähm, ja, Rollenspiele. Ich mag auch Beat'em Ups. Richtig gute Beat'em Ups mag ich auch. Ähm, wobei ich da jetzt aktuell keins mehr habe, was irgendwie einigermaßen aktuell wäre. Aber ich habe immer damals gern die Guilty Gear-Reihe gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das war ein guter 2D-Prügler. Und ich spiele sowieso lieber die 2D-Prügler als die 3D-Prügler. Da bin ich noch einer von der ganz alten Schule. Weil da die Kombos und so und die Effekte auf mich einfach besser wirken. Und die... Ja, das Kampfsystem an sich ist da ausgeklügelter oftmals als bei 3D-Vertretern des Genres. Ähm, habe ich was vergessen? Ja, ich spiele auch allgemein so gerne Adventures. Eigentlich spiele ich jedes Genre. Aber ich kann eigentlich sagen, ich spiele jedes Genre. Auch Action- oder Ego-Shooter spiele ich ab und zu mal ganz gerne. Außer Sportspiele. Mit denen kannst du mich jagen. Kann ich gar nicht ab. Ähm, Rennspiele. Bis auf so Funracer, weiß ich nicht. Die sind mal ganz lustig mit Freunden und so. Aber ansonsten kannst du mich mit diesen beiden Genres echt jagen. Simulationen. Da habe ich keine Geduld zu. Vergiss es. Ähm, so ganz komplexe Simulationen, die eigentlich ausgestorben sind. Die gab es damals noch. Och, das ist schon 10 Jahre her. Da gab es, das war noch die Ära. Da gab es dann immer tolle Flugsimulatoren, Eisenbahnsimulatoren. Es gab sogar Mech Warrior. Das war ein Mech-Spiel, was als Simulation gegolten hat. Obwohl das Spiel eigentlich ja nicht realistisch sein kann. Denn es gibt es keine Mechs. Trotzdem war das als Simulation, weil das halt so realistisch aufgebaut war. Aber so richtig gute Simulationen gibt es ja gar nicht mehr. Das Genre ist tot. Auch wenn jetzt diese ganze Zeit diese Müll-Simulatoren kommen und Gartensimulatoren und all dieser Scheiß. Das ist aber aufgewärmter Bockmist und nicht mehr das, was damals war. Das ist jetzt mal meine Meinung dazu. Ähm, ja, das war es eigentlich. Also sonst spiele ich eigentlich alles bunt um den Katalog. Äh, ja. Strategie habe ich ja auch. Das muss ich doch mal ganz kurz extra erwähnen, weil ich das bisher auch noch nicht einmal Let's Played habe. Ich spiele wirklich gerne Strategiespiele. Und ich liebe Rundenstrategiespiele. Aber die würde ich niemals Let's Playen. Denn wenn ich ein Rundenstrategiespiel spiele, dann bin ich voll im Konzentrationsmodus. Dann sitze ich da wirklich und klügel mir eine Taktik aus und bin wirklich zu nichts mehr zu gebrauchen und schaffe es wirklich nicht dabei zu kommentieren. Das würde wahrscheinlich total in die Hose gehen. Ich würde mich wahrscheinlich als schlechtester Spieler entpuppen, der jemals gespielt hat dieses Spiel. Ähm, momentan spiele ich, ähm, die Total War Reihe. Äh, war, 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 war. Die Total War Reihe. Jetzt muss ich mal so komisch rollen, weil ich jetzt, weil das so englisch-deutsch gemischt ist. Total War Reihe. Und zwar Medieval. Und das ist echt toll. Das macht echt Spaß. Aber auch, ähm, Aufbaustrategie klassische. Oder einfach nur Echtzeitstrategie halt, ne. Spiel ich auch ganz gerne. So, jetzt habe ich ja wieder fünf Minuten über eine Frage gebrütet. Da fragt mich jetzt der Bratenmaxe95LP, bist du Deutschpole? Wie kommst du denn auf diesen wunderlichen Gedanken? Warum sollte ich ein Deutschpole sein? Habe ich, steht da Polle? Er hat sogar mit Doppel-L geschrieben. Bist du Deutschpole? Ja, ich bin ne Polle. Nein, ich bin 100% arisch. Ähm, ja. Das, oh ne, der Let's Play Victor, der hat mir ganz viele komische Fragen gestellt. Und, ähm, ich werde ein paar beantworten. Aber wenn die mir zu dämlich werden, tut mir leid, Let's Play Victor, dann lass ich es bleiben. Also, so ganz lustig gemeinte Fragen haben hier eigentlich nichts zu suchen. Denn das ist ja ein FAQ. Und ich möchte die Fragen beantworten, die vielen von euch auf der Seele brennen. Also, da kann ich jetzt nicht beantworten, wie lautet die amerikanische Botschaft. Also, ich meine, das interessiert doch keinen Sack. Also, fangen wir erstmal mit anderen Fragen an. Oh, ne, warte mal. Jetzt geht's sogar weiter. Ne. Der EmadorLP fragt mich. Wie werde ich so awesome wie du? Oh, oh, ähm, bin ich awesome? Ich weiß es nicht. Ähm, das müsst ihr beurteilen. Du findest das scheinbar schon mal. Zumindest awesome genug, damit du so bist wie ich. Ähm, kann ich dir aber nicht raten. Ist nicht so, wie es wirklich ist. Also, ähm, nichts ist so, wie es wirklich ist. Also, du bist bestimmt auch awesome und ein ganz prima Kerl, so wie du bist. So. Jetzt mal ganz, äh, plakativ hier, ne. So, dann kommen wir jetzt mal zu Let's Play Victor, der mir ganz blöde Fragen gestellt hat. Finde ich eigentlich normalerweise ja nicht schlecht, sehr lustig und so gemeint. Äh, da kommen so Fragen wie, wohin geht das Licht, wenn man es ausmacht? Warum schauen manche Kinder ihren Vater unverwandt an? Wann wird endlich die Bibel auf Version 3.0 geupdatet? Das ist so auf lustig getrimmt, die werde ich alle nicht vorlesen. Tut mir leid. Ähm, ich gehe das mal ganz kurz durch, ob da auch nicht eine anständige Frage bei ist. Aber der hat mir auch alles zugespampt hier. Gehen wir weiter. Boah, der ist immer noch auf der Pinnwand hier. Warte, warte, warte. Da, jetzt geht's weiter. Tut mir leid, Let's Play Victor, das ist nichts gegen dich. Aber das wird mich wahrscheinlich eine Stunde beschäftigen, alleine deine Fragen zu beantworten. Und das ist ja wohl dämlich. Ähm. Der Schakatschak fragt mich. Hast du eine Frau, Freundin? Wenn ja, hast du auch Kinder. Du gehst echt davon aus, ich hab Kinder. Wenn ja, werden sie Nachwuchs-Let's Player. Danke für deine Antworten. Hast du eine Frau, Freundin? Nein, ich habe keine Frau und ich habe auch keine Freundin. Also, alle willigen Weiber da draußen, die dürfen gerne eindeutige Angebote an meine PM-Nachricht schicken. Dann freue ich mich. Könnt ihr auch lassen. Vielleicht bin ich dann ja angetan von euch. Man weiß es nicht. Ich bin auch immer zu haben. Bin auch willig und bereit. Oh Mann, wie das klingen muss. Hast du auch Kinder? Ne, das übrigt sich dann. Also, ich habe auch keine unehelichen Kinder irgendwo herumliegen. Nein, habe ich nicht. Weil ich ja vorher beantwortet habe, dass draußen welche rumstehen. Ja, aber das sind ja nicht meine Kinder. Das sind ja irgendwelche Kinder und ich habe die einfach als meine Kinder ausgegeben. Von daher. So, wenn ja, werden sie Nachwuchs-Let's Player. Also, hätte ich Kinder? Warum denn eigentlich nicht? Also, auf jeden Fall würden sie Videospiele, also mit Videospielen in Berührung kommen. Jetzt bin ich in der Meinung, dass man das trotzdem in Maßen machen sollte. Ich hänge ja jetzt nun wirklich viel vorm PC. Aber ich bin auch alt genug, um das selber zu entscheiden mittlerweile. Aber ich würde meine Kinder nicht die ganze Zeit vorm PC parken. Ich will schon, dass sie ihre Kindheit viel an der frischen Luft verbringen, mit Freunden etc. pp. Das ist wesentlich sinnvoller, als vor Fernseher und Computer zu sitzen. Da bin ich, da würde ich wahrscheinlich teilweise richtig streng sein. Weil ich das einfach wichtig finde, dass man nicht nur sein Dasein vorm PC fristet. Weil ich auch so ein schlechtes Beispiel bin. Und dann muss ich es halt besser machen, weißt du? So, der Laser31 fragt. Magst du Züge? Ich mag Züge. Nicht Spaß. Wenn ich lange blonde Haare hätte und die Maße 90, 60, 90, würdest du mich daten? Weiß ich nicht. Ich würde wahrscheinlich erstmal vor Ehrfurcht erstarren, dass so eine Hammerfrau mit mir sich daten möchte. Das kann ich mir nämlich gar nicht vorstellen. Das wäre wahrscheinlich unmöglich. Vielleicht in einem Paralleluniversum, weiß ich nicht. Allgemein stehe ich gar nicht so auf blonde Haare. Das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Aber ist nicht so, dass ich jetzt wirklich sage, ich würde blonde Haare nicht mögen können. Ich habe keinen bestimmten Frauentyp, wenn das jetzt jemand denken sollte. Überhaupt nicht. Aber 90, 60, 90, ja, kommt halt drauf an, was du für einen Charakter hast und ob man gemeinsame Interessen teilt und so. Also, warum nicht, weiß ich nicht. Bestimmt. Wird zwar nie passieren, aber ja, ja. So, dann kommt der Icebreaker. Schaust du andere Let's Player? Wenn ja, welche? Ja. Soll ich jetzt einfach mal ein paar nennen? Ich habe ja die Frage schon ein bisschen beantwortet. Also ich schaue halt den Gronk, dann schaue ich ab und zu meinem Sarraza ran. Ran. Rein. Wobei beim Sarraza, der ist einfach... Der Let's Playt nicht, meiner Meinung nach. Der spielt ein Spiel und das sind dann immer diese bombastischen neuen Titel in Full HD und hast du nicht gesehen. Aber der macht dann seine Geräusche und sagt dann so ein bisschen, jetzt gehen wir da hin und jetzt gehen wir da hin. Und dann macht er ab und zu mal... Und irgendwie finde ich das als Let's Play relativ ernüchternd. Aber ab und zu ist da auch mal ein guter Part dabei. Aber da hat mich dann mehr das Spiel interessiert als der Let's Player. Und das ist kein gutes Zeichen. Ich habe nämlich bei ihm Uncharted gesehen. Weil ich keine Playstation 3 habe, wollte ich das mal in einer schönen Version sehen. Und da war es sogar ganz gut, dass er nicht so viel geredet hat. Weil ich mich mehr auf das Spiel konzentrieren wollte, weil der mich gar nicht interessiert hat. So, Looks Like Link, gucke ich schon seit der ersten Stunde. Hat auch einen schönen Quantensprung gemacht. In letzter Zeit kommt ja nicht mehr so viel von ihm. Der ist ja auch im Gronk-Team, aber ist auf jeden Fall ein Top-Let's Player, der mir sehr gefällt. Alenti AP, soll ich dich erwähnen? Das wird dir gefallen, wa? Ja, den kann man schauen. Der ist gar nicht so scheiße, wie ich immer sage. Den schaue ich aber eher selten. Ich schaue ja, wie gesagt, wirklich selten Let's Plays. In letzter Zeit schaue ich sogar Videos von Geilkind ab und zu mal. Weil ich eigentlich ganz interessant finde, was er da so für Fakten ab und zu mal erwähnt. Aber, noah, sonst ist der auch nicht der allerbeste Let's Play überhaupt. Eigentlich ist der recht, noah. Es ist immer so, ab und zu mal reinschauen. Mehr kann ich einfach nicht bei ihm. Also, ich kann mal ein Part schauen und dann kann ich auch zwei Wochen gar nichts mehr von ihm schauen. Das geht dann nicht mehr. Schauen wir, Let's Fail. Bin ich größter Fan? Nein, gar nicht. Überall schaue ich mal so rein. Ich kann mal erzählen, wen ich abonniert habe. Warte mal. Ich habe viele Leute abonniert, die teilweise ich auch gar nicht schaue, sondern nur in Beobachtungsmodus habe. Deswegen dürft ihr nicht falsch über mich denken. Wo kann ich sehen, wen ich abonniert habe? Wo kann ich denn, Herrgott, nochmal was sehen, wen ich abonniert habe? Scheiß neues Kanal-Design hier. Wo sehe ich das denn? Hä? Feed. Nee, Feed ist das Feed? Ich gucke gerade mal. Boah, ist das neu doof. Kanal bearbeiten. Wo sehe ich das denn jetzt? Abos. Da, Abos. Da kann ich gucken. Einen Moment, hier gucken wir mal eben. So, ich habe, ich kann ja mal alle vorlesen, die ich abonniert habe, ohne Wertung. Ich habe, bei einigen sage ich, die schaue ich nicht einfach dahinter, damit ihr wisst, dass ich die gar nicht schaue. Tendo TV, ist kein Let's Player, ich lese jetzt alle vor. Alt 4 Games, ähm, nee, ich lese jetzt nur die Let's Player vor, das ist auch irgendwie kacke. Bernhard Van Taschdix, ein nicht so bekannter Let's Player, aber doll. BLK Play, der Troll vor dem Herrn, den habe ich nicht abonniert, wenn ich seine Let's Let's Play schaue, das könnt ihr euch, äh, mal geben. Breakdown 7861, ein Abonnent von mir, den ich mal abonniert habe, weil ich ihn beobachten wollte, gefällt mir jetzt aber, äh, nach längerem Überlegen doch nicht so toll wie er, deswegen könnte ich ihn eigentlich auch wieder deabonnieren, aber das vergesse ich meist immer. Manchmal abonniere ich nämlich einfach Leute, um sie zu beobachten und dann mal zu gucken, ob, äh, die mir doch gefallen. Das Mirko LP, ja Klassiker, äh, der Rage Let's Player schlechthin. Der Decay hat eigentlich eine ganz sympathische Art, lädt aber meiner Meinung nach zu wenig hoch und, ähm, ist auch teilweise, also, manchmal reagiert der sehr ruppig auf, ähm, Nachrichten. Also, mhm, der Exit, ja, weiß ich gar nicht, warum habe ich dich denn abonniert? Egal, gucke ich nicht. Die Cola-Büchse, habe ich irgendwann mal abonniert, gucke ich aber eigentlich auch nicht. Ähm, Freaky Zockt, ja, Freak Gamer, den Philipp, den kenne ich halt so ein bisschen, nicht wirklich doll kenne ich ihn, aber den finde ich ganz sympathisch, darum habe ich ihn abonniert, gucke da aber nur ganz selten mal rein, also ist nicht so mein Ding. Geilkind halt, wie erwähnt, Gerugon, ist auch ein recht neuer Let's Player, auch schon ein älteres Semester, gefällt mir wirklich sehr gut, macht vor allem alte Rollenspiel-Klassiker und das finde ich vor allem ganz stark. Ähm, dann noch ein paar englische, die lasse ich jetzt einfach mal aus, die kennen die meisten von euch sowieso nicht. Gronkh haben wir hier noch, dann haben wir Hyuga, oh ja, das ist auch einer aus dem Gronkh-Team, den ich auch sehr gut finde, den gucke ich mir auch immer gern an, weil der ist wirklich, der kommt so sympathisch rüber, der Hyuga, also mit dem hatte ich auch schon das Vergnügen zu skypen und das ist wirklich ein ganz sympathischer Kerl. Ähm, Hannibal-RP, ja, durchgeknallte Person überhaupt, also das ist die Frau, die, äh, Frau meiner Träume quasi so durchgeknallt, müsste ja ungefähr sein, nein, Quatsch, so durchgeknallt kann keiner sein. Das ist so quasi ein bisschen die weibliche Tobi Games teilweise, also krass, was da abgeht. Ich finde die aber wirklich manchmal sehr erheiternd. Ähm, ja, wen haben wir hier noch, wen haben wir hier noch? Käsefilm, ja, den habe ich vor einiger Zeit mal abonniert, um zu gucken, aber ich gucke ihn eigentlich auch nicht mehr. Dann haben wir hier Koshirano, wer ist das denn nochmal? Keine Ahnung, habe ich aber abonniert. Lanty LP, klar. Der Let's Play X-King, ja, das ist der schlechteste Let's Player auf YouTube und, ähm, den habe ich nur abonniert, weil ich weiß, dass es eine Parodie ist, von wem werde ich jetzt nicht verraten, hehehe. Ähm, Liberty the Night, auch ein recht, äh, unbekannter Let's Player, aber der mir sehr gut gefällt, der ist halt eher so einer von der ruhigeren Sorte, ne? Ich schaue mir jetzt nicht nur gerne die Abgedrehten an, sondern auch die, die mal ein bisschen sachlich bleiben und ruhig bleiben und erzählen und dann so ein bisschen trockenen Humor haben. Das gefällt mir, da spielt es auch so Sachen wie Doom und so, finde ich ganz cool. Little Tales Fan, warum habe ich den denn abonniert? Ja, ähm, keine Ahnung. Lux La Kling, LP Aki, das weiß ich auch nicht, genau, den habe ich mal abonniert, weil ich dachte, der ist gut und da habe ich vergessen, Lina D zu abonnieren, das soll jetzt nicht heißen, dass er schlecht ist, ich gucke ihn nur nicht. Lumarion, eine gute weibliche Let's Playerin, Meg Mandingo LP, ja, das ist einfach so ein Let's Player, also, der ist einfach so, ich finde den cool, ich finde den einfach cool, aber wobei, der heißt ja jetzt nicht mehr so, der heißt ja jetzt Medbaron, der hat ja einen neuen Kanal, Mexican Dake, ja Dake, äh, Hendrik, ne, ist schon eine coole Socke, da muss man wirklich sagen, also, ne? Mr. Möhr, ja, ist, äh, ein Internetkumpel von mir, den kenne ich schon, äh, ein bisschen länger und darum habe ich ihn auch abonniert, ist ein cooler Typ. Dann habe ich hier Modul Messel, ja, der hat auch Paper Mario und so gemacht und die Titel haben mich halt interessiert und habe ich ihn mal abonniert und ab und zu mal reingeschaut, also total durchgeknallter Typ, ähm, das ist wirklich nicht jedermanns Sache, also der ist wirklich total, also ich verstehe ihn teilweise auch gar nicht, der hat einen ganz komischen Dialekt oder redet der wirklich ein bisschen behindert? Das meine ich jetzt nicht böse, vielleicht guckst du dieses Video, ähm, aber ich finde das ja gerade toll, das finde ich ja erfrischend, wenn jemand so herrlich bekloppt ist und einfach so unkonventionell, das finde ich toll. Mr. Morgame, ja, ich glaube, der ist wirklich behindert, also Mr. Morgame, den habe ich nur abonniert, weil er so behindert ist, also der ist echt behindert. Also wenn ich seine Let's Plays sehe, denke ich immer, ist der ja geistig noch ganz auf der Höhe, also der muss behindert sein, also ein bisschen geistig nicht ganz da. Ich hoffe, er sieht das nicht, aber das soll auch gar nicht beleidigend sein, das finde ich ja ganz amüsant, das Ganze. Ähm, Mr. Trash, ne, das ist was ganz anderes, Mr. Venom1974, äh, 70, mein neuestes Abo, auch ein Abonnent von mir, dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden, wahrscheinlich schreibt er mir deswegen fleißige Kommentare, damit ich endlich mal seinen Kanal mir angucke, ist schon ein alter Sack hier in den 30ern, was in der Let's Player Szene ja sehr ungewöhnlich ist, normalerweise sind die ja alle blutjung und ich bin ja schon eigentlich jemand des älteren Semesters, ähm, macht auch vor allem klassische Spieletitel und finde ich auch sehr schön, was er da macht, der ist wirklich, äh, lustig teilweise, ich erinnere mich an die eine Folge Maniac Mansion, da hat er irgendwie den Lafa nachgemacht und das war wirklich lustig, also, ähm, der hat was drauf, guckt ihn euch mal an. Dann habe ich hier noch, boah, Nintendo Capri-Sign, auch das ist jetzt noch ein Englischer, der ist cool. Past War, ja, weiß ich auch nicht, habe ich irgendwo mal abonniert, Fangroyal, Klassiker, der macht ja leider keine Let's Plays mehr. Ähm, den werde ich übrigens später in einem anderen Zusammenhang nochmal erwähnen, aber ansonsten sei gesagt, ja, mhm, reiner Schauder, gut, der macht keine Let's Plays, aber den finde ich putzig, der regt sich immer so auf über seine Hater und Leute, die irgendwie blöde Kommentare schreiben, der nimmt das immer total persönlich, ich glaube, der ist das erste Mal im Internet und weiß gar nicht, wie die Leute hier ticken, da muss man einfach drüber stehen, da darf man nicht gegen jeden Piss ein Video machen, äh, der hat mich beleidigt, was seid ihr eigentlich für Arschlöcher, ey, hört mal auf hier, also, ich glaube nicht, dass du, reiner Schauder, und ich hoffe, du siehst das nicht, weil du würdest mich wahrscheinlich dann total vernichten, schlagen mit einer Wortrede, ähm, ich glaube nicht, dass du das ganze Internet erziehen kannst, das wirst du nicht hinbekommen. Rednexala LP, mhm, ah ja, den wollte ich mir mal angucken, wollte ich mal beobachten, der ist ja bei Gamestar jetzt, ähm, schaue ich aber nicht wirklich aktiv. Ja, RioCat, ja, den habe ich nur abonniert, um mich einzuschleimen, weil ich den scheiße finde, total scheiße, der Rio, der ist total scheiße, Rio, wenn du das jetzt siehst, du bist total scheiße, wer den abonniert, der ist auch total scheiße, und der sollte am besten die Toilette runtergespült werden, denn der ist nämlich total, also, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Der Ru3LP, auch ein recht neuer Let's Player, äh, ein FDP-Typ, ne, mit dem habe ich auch schon Skype ein bisschen geschrieben, ist ganz sympathisch, also macht ganz nette Let's Plays, der gibt sich auch beim Schreiben von seinen, ähm, Beschreibungen sehr viel Mühe, was sich viele Let's Player nicht machen, diese Mühe, ich mache es mir zum Beispiel nicht, für mich ist primär das Hauptaugenmerk auf das Let's Player an sich gelegt, aber er gibt sich da auch wirklich viel Mühe, und an sich macht er das auch ganz interessant und, ähm, ja, macht gute Let's Plays, Sarazza habe ich schon erwähnt, Sazenlu, ja, weibliche Let's Playerin, bin auch nur ein Mann, damit nichts zu tun, die ist eigentlich gar nicht so schlecht, wobei manchmal ist das wirklich so ein bisschen zu Frauen-like, ne, aber ich finde das immer ganz lustig, wenn sie ihren komischen Pascha dabei hat, diesen komischen Macho da, und die sich gegenseitig irgendwie anschmachten, was aber darin eigentlich endet, dass der Typ sie die ganze Zeit beleidigt, finde ich voll lustig, ähm, Schmunzelfee, auch eine weibliche Let's Playerin, finde ich eigentlich ganz cool, die spielt jetzt auch gerade die vier Chroniken, Scholihock, auch ein Let's Player, den ich mal abonniert habe, aber mittlerweile irgendwie gar nicht mehr reinschaue, SmartyLP, ja, habe ich auch ein bisschen Skype-Kontakt mit ihm, den schaue ich eigentlich auch eher selten, ich habe da mal ein bisschen in Call of Duty mal reingeschaut, darum habe ich ihn mal abonniert gehabt. Superfacts, oh, der spielt vor allem Spiele, die total unbekannt sind, die kennen keine Sau, darum schaue ich den ab und zu mal ganz gerne, weil ich kenne die Spiele teilweise auch nicht, die er da macht, das finde ich wirklich interessant teilweise. Table Tennis Gamer, ja, das ist halt der, ähm, ja, der Kevin ist halt ein bisschen, der Titte, der ist ein bisschen bekloppt, mäh, also, der hat manchmal richtig lustige Videos und da kann man immer mal reinschauen, das ist, äh, ein ganz netter Let's Player, sagen wir mal so. Tales Gaming, ja, der Tales Gaming, Marco Korn, 92 hieß er damals auf seinem alten Channel, ups, habe ich ja gehickst, ist ja auch so einer von, äh, TGN jetzt, und der macht halt Tomb Raider und so ein Kram oder auch alte Playstation-Spiele hat er mal gerne gemacht. Dino Crisis habe ich, glaube ich, bei ihm gesehen, ähm, finde ich wirklich ganz lustig, weil der Typ ist, ähm, ja, der hat, der hat einen guten Humor, da muss ich ab und zu wirklich mal schmunzeln, den habe ich eigentlich vergessen zu erwähnen, den schaue ich wirklich sehr gerne. Tawamaru, auch so ein Let's Player, den ich mal beobachten wollte, den ich aber eigentlich auch eher selten gucke, den ich eigentlich aus Respekt wieder deabonnieren müsste, weil ich ihn nicht gucke, das ist ja auch blöd, wenn ich ihn abonniert lasse, ne. So, oh, es geht ja noch weiter, Lekedos Zone, ja, oh, hat eine geile Stimme, ne, muss man wirklich sagen, da hat Gott ihm mit einer tollen Stimme gesegnet. Hm, finde ich ansonsten aber, ja, das ist ein guter Let's Player, wollen wir gar nicht viel Worte verlieren. Trollwut, auch ein guter Let's Player, wir machen jetzt mal ein bisschen schneller. VHawkLP, den guten Rüdiger, den kenne ich ja jetzt auch schon ein bisschen länger, macht natürlich Top-Let's Plays, äh, gibt's gar nichts zu rütteln, das wisst ihr auch, da wollen wir gar nicht drüber diskutieren. Zombie zockt, der gute Zombie, mein TF2-Partner, leider haben wir schon viel zu lange nicht mehr gezockt, du Arsch. Na ja, wie dem auch sei, äh, ist ja auch so ein One-Hit-Wonder gewesen, ne, ist ja von Null auf ganz hoch gestiegen von seiner Abonnentenzahl her, was ja natürlich vor allem am Honeyball lag, äh, blablabla, guck mal, ich verhapsel mich schon richtig hart, was ich sagen wollte, was vor allem an Honeyball lag, weil sie ihn halt, äh, ein bisschen gepusht hat, also, was nicht heißen soll, dass er ein schlechter Let's Player ist, also, ist wirklich solide. Dann hab ich ZockermotteX, auch ein guter Let's Player, und Zwiebelotter, den hab ich auch erst seit kurzem abonniert, da find ich vor allem seine Begrüßung immer sehr lustig, und an sich ist das auch ein ganz cooler Kerl, ich glaub, das ist ein Nordmann, ich glaub, das ist ein Bruder im Geist, ich weiß es gar nicht so genau, so wie der redet auf jeden Fall, ähm, oh, so, das war's auch schon, ich hab bestimmt welche vergessen, die ich abonniert habe, so, weiter geht's hier, wo waren wir stehen geblieben, Mensch, wenn ja, äh, 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 ah, ja, so, weiter geht's mit den Fragen, interessiert dich Pokémon, oh Gott, wie, wie viele Minuten hab ich schon aufgenommen, wo seh ich das jetzt, oh Gott, schon gleich ne Stunde, äh, okay, machen wir weiter, interessiert dich Pokémon, ja, Pokémon find ich toll, also, die Spiele hab ich gespielt bis zur Kristall-Edition, und Und dann die Remakes für den GBA. Ich habe Feuerrot, habe ich auch mal gespielt gehabt. Finde ich auch immer toll. Die Serie habe ich damals auch geguckt. Pokémon ist an sich ein nettes Thema. Welche Spielkonsum besitzt du? Habe ich glücklicherweise schon beantwortet. Was ist dein Lieblingsspiel bzw. Genre? Genre habe ich schon beantwortet. Spiel kann ich auch nicht sagen. Kann ich wirklich nicht sagen. Das sind gleich viele, viele Spiele, die ich jetzt erwähnen müsste. Und das würde den Rahmen sprengen. Also ich habe ja eben mich schon so lange aufgehalten bei den Let's Playern, die ich abonniert habe. Aber das ist echt, also das geht nicht. Nö, kann ich jetzt nicht beantworten. Also Ocarina of Time ist auf jeden Fall so ein Titel, ein Titel meiner Kindheit, der grandios ist. Aber auch A Link to the Past. Ich habe das davor auch gespielt gehabt. Aber ich will gar nicht bei Zelda bleiben. Es gibt so viele Titel. Aber ich muss sagen, die schönsten Kindheitserinnerungen hatte ich mit Nintendo-Titeln. Das kann ich jetzt einfach mal so pauschal sagen. Das ist wirklich wahr. Und komischerweise mit Tomb Raider 1. Aber das lag an einem anderen Fakt, den ich jetzt hier nicht erwähnen möchte. Das ist so privat. Was ist dein... Hast du mal in einem Clan gespielt? Wenn ja, bei welchem Spiel? Ohoho, jetzt kommen die alten Geschichten, Freunde der Sonne. Jetzt kommen die alten Geschichten. Ja, ich war mal in einem Counter-Strike 1.6-Clan. Mehr oder weniger erfolgreich. War mal so ein Fun-Clan. Und da mit richtig Training und so, ne? War ich eine Zeit lang drin. War ich eigentlich auch schon noch zu jung für, um das zu machen. Aber da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Ist auch schon ewig und drei Tage her. Also boah, ist das lange her. Aber das war eine schöne Zeit, ne? Muss man wirklich sagen. Und da habe ich halt diese Taktik-Shooter schon lieben gelernt. Also es hat schon Spaß gemacht. Und wenn man dann gewonnen hat, hat man sich mit seinem Team gefreut. Das hat wirklich Spaß gemacht. Aber das ist dann irgendwann im Sande, hat sich das verlaufen. Und ja. Macht es dir Spaß, Lenti zu ärgern? Natürlich macht mir das Spaß. Aber dem Lenti macht es auch Spaß, mich zu ärgern. Man könnte sagen, wir beide lieben es uns, gegenseitig zu ärgern. Aber das ist auch mehr so eine kleine Spielerei. Das ist natürlich nicht alles ernst gemeint. Und ich hoffe, das wirkt auch nicht wirklich ernst. Das ist ja teilweise so überzeichnet und so überzogen, wie wir uns fertig machen, in Anführungsstrichen. Das kann nicht immer ernst gemeint sein. Also, ne? Gut. Der Icebreaker sollte jetzt zufrieden sein. Wir gehen weiter zu Luffyherz 6. Was hast du alles für Spielkonsolen? Hatten wir schon. Besitzt du ein Schweizer Taschenmesser? Nein. Welches Fraps benutzt du? Ja, ganz normales Fraps. Soll ich da jetzt die Versionsnummer nennen? Wen interessiert die Versionsnummer von Fraps? Kein. Also lassen wir das lieber mal. Welche Eissorte magst du am liebsten? Schokolade und Vanille und am liebsten zusammen mit Schokosoße. Oder Krokant. Oh, Krokant. Krokantstreusel. Ich sterbe für Krokantstreusel. Hast du Geschwister? Ja. Wie viele oder was auch immer. Tut nicht zur Sache. Berge oder Meer? Was hast du lieber? Ich bin wirklich jemand... Also, das ist ja das Problem. Ich wohne ja direkt am Meer. Und da hat man sich natürlich mit der Zeit satt gesehen. Und daher, weil das Gras auf der anderen Seite immer grüner ist, finde ich Berge natürlich ziemlich beeindruckend. Im Norden hat man da nicht so viel von. Und wo ich das erste Mal so im Süden war, Richtung Bayern oder auch Österreich, da haben mich natürlich die Berge schon ziemlich fasziniert. Das fand ich wirklich beeindruckend und auch schön anzusehen. Das hat mir wirklich gefallen. Was ist dein Lieblingssmiley? Ich mag den ganz normal lächelnden Smiley, aber ich mag auch ganz kurz, ganz oft den XD-Smiley. Das ist nur so eine Angewohnheit, dass man hinter jedem Gottverdammten Satz diesen blöden XD-Smiley macht. Oder diese blöden, äh, ganz... Also unter der Escape-Tasse links dieses Häuschen. Also das war auch damals ganz modern. Als ICQ im Kommen war, da kann ich ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist aber... Liegt schon weit zurück vor YouTube und allem. Da gab es YouTube noch gar nicht. Da war das schon populär. Da hat man einfach hinter jedem Satz diese blöden, äh, Häuserchen gemacht. Also zwei Stück immer. Und das war irgendwie voll drin in ICQ. Jeder hat das gemacht und dann hat man sich so dran gewöhnt, hat man automatisch hinter jedem Satz schon diesen Scheiß gemacht. Und keiner wusste mehr, was das genau bedeutet. Also halt so eine belustige... So ein Smiley, wenn du etwas lustig fandest oder ganz cool fandest oder so. Aber das konntest du eigentlich immer machen. Hat auch keiner gefragt, warum du den jetzt gerade gemacht hast. Das war total normal. Was ist... Wie lautet deine Telefonnummer? Ohohohohohoho. 090. 6 mal die 6. Ruf an. Deine Mutter wird dich lieben für die Telefonrechnung. So. Der Underkai. Oh. Ist das eine Anspielung auf den Undertaker? Wahrscheinlich nicht. Was ist dein Lieblingsgame? Habe ich ja mehr oder weniger schon beantwortet. Kann ich halt, wie gesagt, nicht richtig beantworten. Was ist dein wirkliches Lieblingsessen? Dein wirkliches Lieblingsessen? Leute, die meine Videos schauen, die wissen das doch eigentlich. Schnitzel. Es geht nichts über Schnitzel. Aber nur ein normales Wiener Schnitzel. Nicht irgendwie Zigeuner Schnitzel, die irgendwie voll Soße triefen. Das finde ich so kacke. Zigeuner Schnitzel. Diese blöde Soße da, die das ganze Schnitzel einfach total verfälscht. Das darf nicht sein. Was ich noch ganz gerne mag, ist ein Holzsteiner Schnitzel. Das ist mit einem Spiegelei. Das ist auch ganz lecker. Aber ansonsten Wiener Schnitzel. Klassisch. Mit einer Zitrone oben drauf. Und einem Petersilienblatt. Schön angerichtet. Dazu dann am liebsten Kartoffeln in Soße Hollandaise. Und ein bisschen Buttergemüse kann auch nicht schaden. So, warte. Das ist dein Lieblingsspiel. Ja, hatten wir schon. Wirst du irgendwann mal... Ah, jetzt kommt die gute Frage, die oft gestellt wurde. Und da muss ich auch wirklich viel zu erzählen. Wirst du dich irgendwann mal vor der Kamera zeigen? Das fragt übrigens gerade der MrGameZero. Auch ein sehr bekannter Kommentator bei mir. Wirst du dich irgendwann mal vor der Kamera zeigen? Äh, nein. Vermutlich nicht. Also, ich weiß natürlich nie, was die Zukunft bringt. Ich möchte es nicht hundertprozentig ausschließen. Aber meine jetzige Antwort lautet nein. Das hat mehrere Gründe. Zum Ersten wahre ich mir damit ein Stückchen Anonymität. Und das möchte ich gerne mir bewahren. Weil, warum müsst ihr mein Gesicht überhaupt sehen? Ist das so wichtig? Es geht doch hier um die Let's Plays und nicht um mich. Wenn irgendwelche tollen Frauen mich anschreiben wollen und mich kennenlernen wollen, können sie es gerne tun. Oder wenn ihr mich kennenlernen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Vielleicht werden wir Freunde oder Kumpels oder was auch immer. Und dann werdet ihr mich auch schon mal zu Gesicht bekommen. Aber ich richte mich hier an ein großes Publikum. Und die müssen nicht unbedingt wissen, wie ich aussehe. Die sollen sich an meinen Let's Plays erfreuen. Und nicht an meinem Aussehen. Oder die sollen sich halt vorstellen, was immer sie wollen. Also dieser Anonymitätsfaktor, der ist mir ganz wichtig da. Zweiter Punkt ist, dass man sich mit sowas immer angreifbar macht. Man macht sich mit sowas immer angreifbar. Weil man muss es wirklich so sagen, das Internet ist ein Arschloch. Die Community ist ein Arschloch. Und damit meine ich jetzt nicht euch Zuschauer. Damit meine ich einfach nur irgendwelche kleinen Kiddies, irgendwelche dummen Spammer, irgendwelche Halbstarken, die meinen im Internet Arschloch-Hoch-Amerika zu spielen. Und da ich jetzt nun kein Topmodel bin und auch nicht aussehe wie George Clooney und Brad Pitt. Ich bin, weiß Gott, nicht hässlich. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber ich möchte einfach nicht, dass irgendwie über meine Person eventuelle Scherze gemacht werden im Internet. Nennt mich ein Feigling, aber es muss nun wirklich nicht sein. Und das sehe ich bei anderen Let's Playern, die sich gezeigt haben. Die sind teilweise das Gespött von einigen. Das finde ich wirklich nicht mehr feierlich. Und die sollen sich eher mal selber im Spiegel anschauen. Denn einige Let's Player hätten es mal lieber gelassen mit den Zeigen. Oder ich kann es ja so machen, wie Jean-Marc Let's Fail und mich vor eine Maske aussetzen und dann vor die Kamera stellen. Das ist aber der größte Schwachsinn überhaupt. Eine Maske. Also wie kann man eigentlich so blöd sein? Selbst Sido ist irgendwann mal auf die Idee gekommen, dass die Maske eine Scheißidee ist. Und hat sie abgelegt. Selbst so ein dummer Rapper ist irgendwann mal auf den Trichter gekommen, dass das total kacke ist. Aber ein German Let's Fail nicht. Nein, der trägt weiterhin die Maske und fühlt sich damit ganz cool. Ja, er meint ja auch, er will anonym bleiben. Aber warum denn von vornherein überhaupt? Gut, der wollte gut Geld machen scheinbar. Oder hatte tolle Ideen, die er verwirklichen will. Seine ganzen Kacke- und Fäkalwitze, die müssen natürlich in Videoform entstehen. Da, das ist... Naja, ähm... Nein, 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 nein. Das muss echt nicht sein. Also, ich kann es nicht ausschließen. Vielleicht irgendwann, wenn das Ganze hier noch größer wird, noch besser, dann zeige ich mich auch mal. Aber es ist halt nichts Besonderes. Ich bin halt ein ganz normaler 0815-Nerd, ne? Möchte ich fast sagen. Also das ist echt nichts Besonderes. Muss auch nicht unbedingt sein. So, bringt... Entschuldigung, ich muss ein bisschen aufstoßen. Magst du Käse? Also immer noch der gleiche Typ, ne? Magst du Käse? Ja, klar mag ich Käse. Ähm, ich esse eigentlich jeden Tag Käse. Immer auf Brot. Ähm, mit Nutella oder Salami, Wurst. Also Käse an sich. Alleine esse ich kaum. Ich esse es immer mit irgendwas zusammen, meistens. Und auf Brot. Hm, lecker. Gouda, Maastama, Tilsetter, Emmentaler. Ich esse eigentlich jeden Käse. Ich bin da gar nicht so wählerisch. Bringt es was, einen möglichst langen Kommentar zu schreiben? Wie, was willst du mir damit sagen? Ich lese alle Kommentare. Ähm, ob die nun lang sind oder kurz. Ich freue mich über jeden Kommentar. Gut, wenn ein Kommentar kommt, wie zum Beispiel nach drei Sekunden, wo das Video noch nicht gesehen worden sein kann, das Video ist cool, dann denke ich mir auch so, ja komm, toll, du kannst das Video noch gar nicht gesehen haben. Aber ich freue mich über jeden Kommentar. Und wenn sich jemand ganz besonders viel Mühe gibt, dann ist es natürlich immer ganz lustig, sich das dann durchzulesen. Ist doch ganz klar. Aber, pff, jeder soll das schreiben, wozu er in der Lage ist. Und wenn er was zu schreiben hat, dann soll er einfach drauf losschreiben. Ist doch ganz klar. Also, da muss man sich nicht vorher Gedanken machen, ob mir das gefallen könnte. Mir gefallen die alle. Keine Sorge. Ich würde gerne mal mit dir persönlich reden, so über ICQ oder Skype. Gibt es da eine Chance? Boah, pff, ich hab so viel. Also, ich hab, ähm, ich muss mal ein Wort an einen, an einen Zuschauer richten, der mir eigentlich wieder zeigt, warum ich nicht jeden annehmen kann. Und zwar ist das der, und das nimmst du mir hoffentlich nicht böse, der Shainsaw Man-Fan. Ähm, du weißt, dass du angesprochen bist. Ich hab dich hinzugefügt, weil du irgendwie an meine Eddie gekommen bist. Und es tut mir leid, aber du bist ein bisschen zu jung für mich. Ähm, das merke ich an der Art und Weise, wie du schreibst und, äh, wie du versuchst, mit mir ins Gespräch zu kommen. Und wenn ich nicht antworte, wirst du direkt ungeduldig. Bist du jetzt da? Bist du jetzt da? Was machst du grad? Blablabla. Ähm, da merkt man richtig, dass du noch recht jung bist. Und das will ich auch gar nicht als Angriff werten. Nur werde ich dich wahrscheinlich jetzt auch, ähm, bald mal freundlich darauf hinweisen. Ich möchte dich nicht löschen, das ist gemein. Dass du eventuell von selber gehst und, äh, einsiehst, dass es mit uns beiden wohl nichts wird. Du kannst meine Let's Plays weiterhin schauen und ich lese gerne deine Kommentare, die du unter die Videos schreibst. Aber wenn ich jetzt, sag ich mal, wirklich jeden gottverdammten Zuschauer annehmen würde, dann würde ich zu nichts mehr kommen. Die wollen mich alle anschreiben. Die wollen alle was von mir. Aber an sich, komm, schreibt mir eine PM. Schreibt mir alle eine PM. Komm. Ich adde euch alle in Skype. Ist mir egal. Ich adde euch alle in Skype. Und, ähm, wenn ich euch mag, bleibt ihr drin. Und wenn nicht, dann dürft ihr auch nicht sauer sein, wenn ihr wieder rausfliegt. Ha, ist das nicht ein Deal? Das ist ein toller Deal. So, weiter geht's. Ähm, schreibt mir einfach eine PM oder so, dann mach ich das. Dann adde ich euch. Wie, ja, oder ihr addet mich. Dann müsste ich aber jetzt die Eddy öffentlich machen. Ne, ne, schreibt mir lieber mal. Ähm, wie viele, also die Kyra Sayura. Ach ja, hier, hallo Kyra. Wie viele Kinder möchtest du von Camtasia? Welches Farbscheme hätten sie und wie würdest du sie nennen? Das kommt daher, weil ja mein Farbscheme geändert wurde, weil ich es mit Camtasia aufgenommen habe. Lustig. Ähm, ja, ich glaube Camtasia mit der eine Frau zu machen, also, ne, das lassen wir mal lieber. Wenn ein Mann im Wald steht und es ist keine Frau da, ist er dann trotzdem schuld? Fragt 1, 2, 3, Flying Lamp 3, 2, 1. Boah, auch sehr kreativ mit den Zahlen. Hab das gemerkt, hier vorne 1, 2, 3 und hinten einfach andersrum. Boah, schlauer Fuchs, du. Ähm, Flying Lamp, One Piece, ne? Äh, wenn ein Mann im Wald steht und es ist keine Frau, da ist er dann trotzdem schuld? Was soll denn der Spruch? Ist das sowas ähnliches wie, nachts ist es kälter als draußen, äh, Cola schmeckt besser als im Glas? Also, nö, verstehe ich nicht. Was ist deine Lieblingskonsole? Ja, Nintendo 64. Wenn es jetzt nur in Konsolen gibt, Nintendo 64. Und ich glaube auch nicht, dass ich das noch groß und breit hier austreten muss, äh, ausbreiten muss. Ähm, da gibt es halt die Titel drauf, die ich am meisten gezockt habe, die ich am intensivsten gezockt habe und an die ich die besten Erinnerungen habe. Wobei der Super Nintendo mindestens genauso viele Spiele hat, an die ich gute Erinnerungen habe und die ich gerne gezockt habe. Sagen wir einfach, die teilen sich einen Platz. Das ist, denke ich, mal ein Kompromiss. Jupp. Kuchen, wenn ja, welcher? Mit ganz viel Schokolade. Das ist, äh, der beste Kuchen. Und Marzipantorte. Das ist zwar kein Kuchen, aber das ist toll. Marzipantorte. So. Welche Form von Spot magst du am liebsten in The Whispered World? Ja, ich finde es ganz cool, wenn der in Flammen steht, dann wirkt er so ein bisschen wie ein Super Saiyajin. Das finde ich eigentlich ganz cool. Fragt der Coca Bonds 15. Ähm, trägst du Boxershorts oder Slips oder sonst irgendeine Form von Unterhose oder gar keine oder ist die Frage zu privat? Ach komm, ob ich nun Boxershorts oder Slips trage. Ich meine, wie privat kann das schon sein? Könnt ihr raten. Ist, ähm, eigentlich relativ einfach zu erraten. Ich bin ganz normal und da werde ich wahrscheinlich keine Slips tragen und auch keine Unterhosen. Ah, ich trage so Frauentöter. Hm. Ist es dein Ziel, YouTube-Partner zu werden? Nö. Äh, eine. Hm. Warum sollte das mein Ziel sein? Und was ist denn, wenn ich mein Ziel erreicht habe? Bin ich denn cool oder was? Nö, überhaupt nicht. Äh, ich bin momentan sogar eher dazu geneigt, dass ich überhaupt, selbst wenn ich die Möglichkeit dazu hätte und die habe ich in naher Zukunft sowieso, weil die jeder hat. Man braucht eigentlich nur 1000 Views pro Tag, dann kann jeder YouTube-Partner werden. Hm, über TGN jetzt zum Beispiel als Let's Player. Die habe ich momentan nicht, die hatte ich aber mal. Das Problem ist, die habe ich nur nicht mehr, weil ich alle meine Videos gelöscht habe und das wird dann immer zusammengerechnet. Das heißt, dadurch habe ich viele Views verloren. Also hätte ich schon längst Partner sein können, wenn ich wollte, will ich aber jetzt mittlerweile gar nicht mehr. Es ist ein Hobby und es soll ein Hobby bleiben. Und wenn das Ganze jetzt auf diese professionelle, kommerzielle Schiene laufen würde, würde auch mein eigener Anspruch ganz anders werden. Ich würde mehr Zeit investieren wollen. Ich würde innerlich diesen Druck verspüren, das Ganze professioneller aufzudröseln. Dafür hätte ich keine Zeit. Dazu hätte ich eigentlich auch gar keine Lust, obwohl ich mir dann den Druck selber machen würde. Würde heißen, ich würde nicht einfach mehr ein Spiel starten und mich zurücklehnen und einfach meinen Scheiß von mir geben. Ich würde wahrscheinlich, ähm, ja, es würde mich unter Druck setzen. Ich will das gar nicht. Es ist ein Hobby, es ist ein Hobby. Ich will damit kein Geld verdienen. Ich will da auch nicht irgendwelche professionellen Geschichten. Das muss auch nicht alles perfekt sein. Warum muss das denn perfekt sein? Also, ähm, nee. Nee. Und nee. Nee, ernsthaft nicht. Also, das versteht ihr vielleicht jetzt nicht, weil ich kann ja auch als YouTube-Partner einfach so weitermachen wie bisher. Aber irgendwie ist es dann doch anders. Es ist dann doch anders. Und muss nicht unbedingt sein. Eventuell irgendwann in Zukunft sage ich doch, ja, warum nicht? Bisschen Kleingeld kann nicht schaden, aber vorerst garantiert nicht. Was sagst du dazu, dass mir keine gescheiten Fragen einfallen? Fragt er noch zuletzt. Ja, mal ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Ich fand, die Fragen waren jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, war alle super. Welche Personen inspirieren dich und warum? Super Facts, den habe ich ja auch schon unter meinen Let's Playern erwähnt. Ähm, Personen im Allgemeinen jetzt auf Let's Playen bezogen oder, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, so spontan habe ich keine Person, die mich inspiriert. Ne, also kann ich keine Antwort drauf geben. Es gibt viele berühmte Persönlichkeiten, die natürlich viele bewegende Dinge in der Welt geschafft haben, an die man sich orientieren könnte. Aber das tue ich nicht. Ne, ich mache einfach mein Ding und ich denke gar nicht darüber nach, wer irgendwie mein Idol ist oder wer mich jeden Tag aufs Neue bekräftigt in dem, was ich tue, halt mir Kraft gibt. Mich halt inspiriert, wie halt der Begriff es schon sagt. Da inspiriert mich eigentlich niemand, nein. Das ist, äh, meine ganze eigene Kraft, die mich da am Leben hält. Nö, habe ich nicht. Mr. Marius1992, 42 stirbt, du weißt, ich hasse das. Wie alt bist du eigentlich und wie heißt du wirklich? Ähm, ich bin 21, werde jetzt bald 22 im April und ich bin Tobias. Ja, das ist ja, ach, das ist zwar auch privat einigermaßen, aber mein Vornamen kann ich ja wohl verraten. Jetzt soll man mal nicht päpstlicher sein als der Papst, also wir wissen, die meisten das sowieso schon, weil ich es schon andauernd erwähnt habe. Ähm, der UnlockedLP fragt, hattest du schon mal einen Penny in deinem Ohr oder hast du schon mal einen Affen mit Bananen gefüttert? Beides nein. Oh, wie viele Fragen noch, ich habe keinen Bock mehr. Leute, wieso le... Ah, jetzt kommt, äh, Katharin187, auch jemand, der immer sehr viele Kommentare schreibt, moin moin, du Arschpupsbacke, du. Ah, das war natürlich nett gemeint. Und er schaut die mal zusammen mit seiner Freundin, das finde ich ja auch cool. Naja. Hallo, ihr beiden. Äh, hä. Wieso lädst du nicht einen LP-Part hoch, in dem du das fragst? Ja, wieso nicht? Da hast du eigentlich vollkommen recht. Das habe ich nämlich schon mal gemacht mit Harvest Moon damals irgendwann. Ich weiß nicht, wer von euch das noch weiß. Aber sowas gucken dann alle. Und bei Harvest Moon denken sich einige, ne, Harvest Moon, äh, ficken, äh. Und hier denken sich alle, klicken wir mal rauf, ne. Wieso lädst du heute keinen LP-Part hoch? Tut mir leid, ich kann mal kurz gucken, ist Jackin fertig. Oh, tatsächlich, es ist eine Bearbeitung, da kommt heute noch was. Ähm, ähm, so, liebst du mich? Was sind deine All-Time-Lieblingsspiele? Nenne bitte zwei. Ja, dann nenne ich jetzt einfach mal zwei Spiele. Also Ocarina of Time habe ich ja schon mal erwähnt. Und dann sagen wir noch, ähm, Day of the Tentacle, um dann eine bunte Mischung zu haben, oder? Ja. Oder Terranigma. Oh, das ist einfach so genial. Äh. Äh, machen wir mal Day of the Tentacle, um meinem Genre auch, äh, gerecht zu werden. Ah ja, liebst... Oh, ich bin verrutscht, ich bin verrutscht. Ich bin schon bei Dwayne. Tut mir leid, scheiße. Ähm, ich gehe mal wieder oben zu Katharine hin. Tut mir leid. Ähm, wird es mit Lanty nach Donkey Kong noch ein weiteres Together geben? Ja, ich schätze mal schon, wir beide harmonieren ja ganz gut zusammen und verstehen uns auch wirklich gut. Gut, in letzter Zeit ist er irgendwie kaum online. Wo ist der Sack? Ich weiß es nicht. Irgendwie ist der viel beschäftigt oder so, aber ich schätze mal, dass das auf jeden Fall in Frage kommt. Nur leider wird das vermutlich noch ein bisschen dauern, denn der gute Kerl, ja, der ist ja andauernd weg und ist beschäftigt. Tut denn immer so. Dabei hat er eigentlich den ganzen Tag gar nichts zu tun. Der tut nur so. So, jetzt kommen wir zu Dwayne. Als was arbeitest du? Ja, ich mache eine Ausbildung. Als was tut nichts zur Sache? Ich will auch ein bisschen jetzt mal Privatsphäre wahren, ne? Es ist nicht so wichtig. Sagen wir, es ist im Büro was. So, das ist aber auch schon, mehr Informationen gibt es jetzt erstmal nicht. Es ist eigentlich nur, um euch zu ärgern. Eigentlich ist es total juck wie Büx. Aber ich muss auch ein bisschen Geheimnisse um mich aufbauen. Außerdem habe ich es bestimmt schon mal irgendwo erwähnt, aus Versehen. Trinkst du Alkohol? Ganz, 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 ganz selten eigentlich. Früher öfter mal, wo ich noch jünger war, so meine wilde Zeit. Ne, die hatte ich eigentlich nie wirklich, meine wilde Zeit. Aber ich weiß, wie es ist, wenn man besoffen ist und auch mehr als einmal. Also das schon. Ja, ab und zu mal ein Bier in letzter Zeit. Also so richtig besoffen, eh wenig mehr. Also so richtig viel. Also ich trinke gerne Bier, weil es mir schmeckt und nicht wegen dem Alkohol. Hörst du Rap? Nein. Haus? Nein. Classic? Ab und zu. Und wenn nein, was dann? Das habe ich schon mal antwortet dann. Bist du eher Tag- oder Nachtaktiv? Also früher, als ich noch Schüler war, war ich eher Nachtaktiv. Also wirklich. Am Wochenende konnte ich bis in die Puppen und dann konnte ich auch schlafen bis sonst wohin. Und ich muss sagen, seitdem ich arbeite, bin ich tatsächlich und auch am Wochenende eher tagaktiv. Also ich gehe da immer rechtzeitig pennen, weil ich das überhaupt nicht mehr... Ich werde auch alt, weißt du, da kann man das nicht mehr machen. Da machen die bösen Knochen das nicht mehr mit, du. Also da möchte man halt doch lieber in sein wohlverdientes Bett steigen. Also wirklich. Wieso hast du angefangen mit dem Let's Plays? Oh, das ist auch wieder so eine Frage, wo ich weit ausholen könnte. Die Frage ist, tue ich es. So, wieso hast du angefangen mit den Let's Plays? Weil Schinkenbrot. Nein. Mich hat natürlich ein ganz besonderer Let's Player dahin geführt. Nein, das stimmt auch nicht. Die ersten Let's Player, die ich gesehen habe damals, waren Funk Royale und Shainsaw Man 16. Shainsaw Man 16 war halt total abgedreht. Den habe ich dann auch später irgendwann mal angeschrieben. Da haben wir irgendwie Kontakt hergestellt über Skype und so. Das lief dann irgendwie. Aber wer mich wirklich inspiriert hat anzufangen, war Funk Royale. Weil das waren die ersten Let's Plays, die mich richtig zum Lachen gebracht haben. Ich finde es wirklich schade, dass er keine mehr so wirklich macht. Außer seine blöden Livestreams da von irgendwelchen League of Legends Matches. Also ich finde es wirklich bedauerlich, was da abgeht momentan bei ihm. Sein Battle Video erstmal, wo er allen verspricht, dass er wiederkommt mit den Let's Plays. Nun muss ich sagen, dass ich den auch ein bisschen kennenlernen durfte. Und ich möchte da auch nicht mehr ein Urteil bilden. Ich weiß nicht, was ich von diesem Battle Video halten soll. Ich finde ihn als Let's Player wirklich klasse. Und auch als Mensch ist er wirklich mir sympathisch erschienen. Das fand ich irgendwie doof. Aber das muss er wissen. Muss er wissen, wie er das mit sich vereinbaren kann. Durch Funk Royale halt. Ich habe seine Let's Plays als erstes entdeckt. Und habe mir gedacht so, boah, scheiße labern und hier Videospiele spielen. Das sind doch deine favorisierten Dinge. Das kannst du doch auch mal probieren. Und schwuppdiwupp habe ich es getan. Habe mich ein bisschen im Internet informiert, wie es denn funktioniert. Habe mir dann alles besorgt und habe dann losgelegt. Und zwar damals mit Paper Mario. Mein erstes Projekt. Liebst du mich? Dwayne, natürlich liebe ich dich. Ich lese immer gerne deine Kommentare. Ich liebe euch doch alle. Was sind deine All-Time-Lieblingsspiele? Nenne bitte zwei. Ach, das hatten wir ja jetzt schon. Welche LPR guckst du abgesehen von Gronkh und Lenti? Ja, wie gesagt, kein großartig. Ich schaue mir mal rein. Und das auch selten. Also außer Gronkh eigentlich niemanden regelmäßig. Hast du eine TV-Karte beziehungsweise holst du dir eine? Nö, habe ich nicht. Und braucht man die? Das kann man als Grabber-Ersatz nehmen, um irgendwie Konsolenspiele aufzunehmen. Ich kenne mich mit dem technischen Schnickschnack überhaupt nicht aus. Vielleicht? Brauche ich die? So. CalvinM1991. Wann glaubst du, wirst du sterben? Ja, also wenn ich so weitermache wie jetzt mit 30. Das ist also noch ein bisschen hin. Acht Jahre. Dann bin ich tot. Ist doch schön. Bis dahin habt ihr dann noch Let's Plays von mir. Nein, Spaß beiseite. Ich weiß es nicht. Das weiß man nie. Kann ja immer was passieren. Ich kann vom Auto überfahren werden morgen. Dann bin ich tot. Das wäre scheiße. Ich kann auf einmal sterbenskrank werden. Dann wäre ich auch recht schnell tot. Ich kann aber auch 90 werden. Also das weiß man nicht. Welche Animes schaust du gern? Hast du gern geschaut? Oh, wieder so eine Frage. Wieder so eine Frage. Dann könnte ich stundenlang reden. Ich will aber nicht mehr stundenlang reden. Deswegen jetzt mal präzise Antworten. Das muss auch mal sein. Ich nenne euch jetzt nur mal ein Anime. Ne, ist auch wieder doof. Einen nur zu nennen. Ein Anime, der wirklich zu meinen All-Time-Favorites gehört, ist der Anime Monster. Der ist wirklich grandios. Sollte man sich anschauen. Ist auch für ein etwas älteres Publikum. Normalerweise haben Animes oft das Problem, dass es immer der gleiche Einheitsbrei ist. Wenn man sich die ganzen schonenden Serien anschaut. Das ist dann immer Monster of the Week. Das heißt, jede Woche kommt ja eine Folge in Japan raus. Und dann immer irgendwie ein anderes Monster plätten. Das ist dann immer relativ nichtssagend. Dann oder die ganzen Edgy-Animes. Wie schafft man es, möglichst viele Titten und Panty-Shots in eine Folge zu hauen? Und dann noch ein bisschen flachen Humor reinzubringen. Also das ist immer dieser Einheitsbrei. Aber Monster ist so eine Serie, die so ein bisschen heraussticht. Und da gibt es noch so viele Serien, die herausstechen. Monster. Und ich möchte gar nicht anfangen, welche zu nennen. Weil dann würde ich kein Ende finden. Boah! Ich habe so viel gesehen. Und ich könnte... Warte, ich gehe jetzt in mich. Ich gehe jetzt in mich und werde euch ein paar Serien nennen. So, dann habe ich zuletzt auch noch Gundam Seed geguckt. Meiner Meinung nach der beste Gundam überhaupt. Weil der halt storytechnisch sehr viel Tiefgang besessen hat. Und auch die Charaktere, die sind einem richtig ans Herz gewachsen teilweise. Das hat mir wirklich gefallen. Und dann Death Note natürlich. Habe ich auch gesehen und den Manga gelesen. Full Metal Alchemist. Sei es nun Brotherhood oder die erste Serie. GTO. Great Teacher Onizuka. Also... Gintama. Also sehr lustig, muss man wirklich sagen. Selbst sowas wie Hachime no Ippo The Fighting. Das ist ein Box-Anime. Und das macht wirklich viel Spaß, sich anzuschauen. Was ich auch... Was ein relativ neuer Anime ist und der mir auch wirklich sehr gut gefallen hat, war Steinskate. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein Anime aus 2011. Der war wirklich gut. Dann die Code Geass-Reihe. Das ist halt so eine Trainwreck-Serie vom Feinsten. Das ist halt... Du kriegst das, was du erwartest. Das ist halt... Sunrise. Also... Das ist die Firma, die das gemacht hat. Und von denen erwartet man genau das. Neon Genesis Evangelion. Klar. Klassiker. Muss man kennen. Muss man gesehen haben, wenn man irgendwie mit Anime zu tun hat. Tora Dora. Ähm... Sehr schöner Anime. Tora Dora, da habe ich viel gelacht. Finde ich wirklich sehr lustig. Elfenlied, der Klassiker. Den nennt irgendwie jeder als sein Lieblings-Anime. Finde ich gut, aber nicht so überragend. Und ich erwähne ihn jetzt einfach mal der Vollständigkeit halber. Tengen Topangurin Lagan. Der beste, epischste... Ich kann es nicht in Worte fassen. Lord Kamina hat mir männliche Tränen ins Gesicht gezaubert, als er gestorben ist. Oh, jetzt habe ich euch gespoilert. Er lebt in unseren Herzen doch ohnehin immer weiter. Nein, er stirbt nicht. Nein, nein. Guckt euch die Serie an. Ähm... Muschi Muschi. Das klingt lustig, ist aber eine sehr mystische Serie. Ähm... Ginto hieß der weißhaarige Typ, der irgendwie durch die Lande zieht. Das ist wirklich sehr interessant gestaltet. Und ja... Higurashi no Naku Koroni. Heißt das so? Auf Englisch glaube ich When They Cry. Ähm... Ja... Lollis und Blutorgien. Soll ich mehr sagen? Nein. Kanon. Aber das Remake jetzt, weil ich die alte Serie nicht gesehen habe. Ach, das ist halt ein Herzschmerz-Anime, ne? Äh... Was würdest du dazu noch mehr sagen? Ähm... Was habe ich noch gesehen? Black Lagoon 1, 2. NHK. Welcome to the NHK. Da habe ich ja schon den Manga erwähnt. Hunter x Hunter. Da allerdings nur die erste Serie, weil das Remake ist bisher scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. One Piece. Klar, One Piece ist Klassiker, aber nur auf Japanisch bitte. Ähm... Die deutsche Fassung finde ich jetzt nicht so toll, weil auch oft geschnitten wurde. Naja. Bacano. Kennt ihr eventuell auch mit Ausrufezeichen. Auch ein... Oh, ich kann zu viel nennen. Ich kann gar nicht aufhören. Ähm... Denn die ganzen Ghibli-Filme, ne? Ähm... Prinzessin Mononoke. Ähm... Das wandelnde Schloss. Ähm... Kikis kleiner Liefer-Service. Das waren auch immer sehr bezaubernde Filme, die mir wirklich sehr gefallen haben. Ähm... Katanagatari, ne? Das war auch noch ein toller Anime. Äh... So viel. Ja, jetzt fällt mir so spontan auch gar nichts mehr ein. Ähm... Ja, natürlich hier. The Melancholy of Susumiya Hirau. Harui? 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 Susu-Susumiya Harui? Das ist auch ein Klassiker. Da gibt es auch einen Film mittlerweile von. Und ich glaube sogar eine andere Serie, die so ein bisschen einen anderen Zeichenstil hat. Aber da fragt mich jetzt lieber nicht. Da bin ich jetzt auch nicht so versiert drin. Dann Kaiji. Kaiji ist auch ein toller Anime. Kaiji ist ein toller Anime. Hat auch einen ganz skurrieren Zeichenstil. Aber die Story ist halt total spannend und mitreißend. Alter, das ist schon Hammer. Ähm... So, ich höre jetzt auf. Ich könnte noch mehr erinnern. Ich höre jetzt aber auf. Ich habe wirklich in meiner Laufbahn, also Animes neben dem Zocken, ein ganz großes Hobby von mir. Und da kann ich auch viel berichten. Ich habe auch mal einen Blog geführt. Und ich habe mal immer aktuell die aktuellen Seasons verfolgt, die in Japan so sind. Und habe da mit den Leuten diskutiert. Und so habe ich jetzt mittlerweile durch das Let's Play nicht mehr so viel Zeit zu. Aber schauen tue ich sie immer noch ganz gerne. So, dann kommen wir weiter zu Sammy's Little World. Oh, na das ist mein Angebot. Meine Fragen. Hast du ein Freundin-ähnliches Wesen in deinem Leben? Nein, habe ich ja schon beantwortet. Hast du Interesse? Dann schreib mir bitte. Was waren deine Lieblings-Hassfächer in der Schule? Lieblingsfach war immer Wirtschaft, Politik und Geschichte. Hassfach immer schon gewesen. Mathematik. Hatte ich auch immer eine 5 im Zeugnis. Ich habe noch nie Nachhilfe geholt. Ich hatte immer eine 5 im Zeugnis. Und dann bin ich auch durchgekommen durch das Schulleben. Und hat mir jetzt bisher auch nicht geschadet. Wie heißt dein Hund? Lucky. Das wissen auch die meisten. Den erwähne ich nämlich ab und zu in meinen Let's Plays. Weil er gerne mal reinbellt. Er möchte gerne den Gastkommentatoren spielen. Rauchst du? Trinkst du? Beziehungsweise gehst du gerne auf Partys? Rauchen tue ich ja. Ja. Braucht man auch nicht mehr viel zu sagen. Das wissen auch die meisten. Trinkst du? Habe ich schon beantwortet. Gehst du gerne auf Partys? Nö. Nö. Bin ich überhaupt kein Fan von. Also da muss man auch wirklich differenzieren. Was ist denn eine Party? Was für eine Party meinst du? Eine LAN-Party? Da gehe ich schon mal ganz gerne hin. Aber viel zu selten. Weil ich kaum welche kenne, die welche veranstalten. Das ist irgendwie wenig geworden. Das war damals öfter. Naja. Nee. Also Partys. Ich mag lieber kleinere Runden, wo man sich unterhalten kann. Dann trinkt man nebenbei ein bisschen was. Und kann vielleicht sogar nebenbei ein bisschen was zocken. Ich bin nicht so der Party-Typ, der da irgendwie auf der Tanzfläche steht. Und Ölgubel. Also Disco auch nicht. Ich war einmal in meinem Leben. Also ich bin 21, müsst ihr wissen. Ich war einmal in meinem Leben in der Disco. Und das war überhaupt nicht meine Welt. Überhaupt nicht. Zu laut. Und die Leute haben gestunken. Und Oberflächlichkeit ist dort echt an der obersten Tagesordnung. Und wenn du die Leute da siehst, dann vergeht es dir total. Da habe ich schon gar keine Lust mehr. Wenn ich deren Gesprächen dann ab und zu mal aus Versehen lauschen musste. Bin ich kein Freund von Partys, von Freunden, wenn eine Geburtstagsparty oder so ist? Natürlich. Gerne. Dann feiert man auch mal gerne. Also ist nicht so, dass ich jetzt total nie am Feiern bin. Das möchte ich jetzt nicht sagen. Aber es ist an sich nicht das, was ich am liebsten tue. Und ich bin auch niemand, der jedes Wochenende unterwegs ist. So. Willst du Kinder? Wenn ja, wie viele und welche Namen würdest du ihnen geben? Ja, ich möchte schon Kinder. Auch wenn ich bezweifle, dass ich jemals welche bekomme. Dafür muss ich erst mal eine Frau finden. Und das ist so eine Sache. Zwei Stück hätte ich gern. Zwei Stück finde ich schön. Oder drei. Und dann am besten... Na, drei? Dann am besten genau. Drei Stück und dann zwei Burschen und ein Mädchen. Das wäre doch schon cool. Nein, zwei Stück, junge und Mädchen. Das wäre schon cool. Ich weiß nicht, welche Namen ich denen geben würde. Da hat ja auch die Mutter noch ein bisschen was mitzureden, ne? Da bin ich nicht so egoistisch. Da müsste man natürlich gemeinsam schöne Namen finden. Wüsste ich jetzt nicht. Was ist der Sinn des Lebens? Vielleicht Horst oder Peter. Den Jungen. Nein, Spaß. Was ist der Sinn des Lebens? 42. Nein. Also der Sinn des Lebens, es gibt ja gar keinen. Du musst dir selber einen Sinn im Leben finden. Also so einfach ist das. Du bist deines eigenen Glückes Schmied. So sagt man ja so schön. Eine chinesische Weisheit. So, der Charlie876 fragt mich, was für Spielereihen magst du gerne, bis auf die, die du Let's Play ist? Spielereihen? Ich mag die Zelda-Reihe sehr gerne. Ich mag die Dragon Quest-Reihe sehr gerne. Wobei es hier kaum Spiele im deutschsprachigen Raum gibt. Und das hat sich geändert, seitdem der Playstation-Titel kam. Die Reise des verwunschenen Königs hieß der, glaube ich, ne? Das war auch der Erste, der hier, glaube ich, so richtig offiziell in Deutschland erschienen ist. Da gab es vielleicht vorher auch schon was. Aber das ist so der Erste, der so in Erinnerung bleibt. Und das hat halt verdammt lange gebraucht. Tolle Spielreihe, muss man wirklich sagen. Final Fantasy bis zu Teil 10. Und ab dann ging das dann nur noch bergab. Und mittlerweile komme ich auch gar nicht mehr drauf klar. Also, was die da jetzt produzieren, das ist irgendwie mir viel zu abgespaced. Das ist für mich auch gar kein richtiges Final Fantasy mehr. Mag sein, dass ich voreingenommen bin. Ich habe den aktuellsten jetzt auch nicht gespielt. Aber, ne, seit 10 nicht mehr die Final Fantasy-Reihe vorher schon sehr gerne. Pokémon hatten wir ja schon. Finde ich eigentlich ein tolles Spielprinzip. Reihe, die ich nicht letztendlich played habe. Was fällt mir denn jetzt noch ein? Command & Conquer. Ich bin ein total alter Command & Conquer-Fan. Und ich habe auch die ganz alten Spiele hier. Alarmstufe Rot und Tiberium Sun und so. Da bin ich voll der Fan von Siedler. Bin ich auch ein Fan von. Da habe ich auch die Spiele hier noch rumfliegen. Aber Siedler 2 und Siedler 3 nur. Siedler 4 ist auch noch ganz okay. Und dann die ganzen Neuen sind dann nicht mehr so mein Fall. Also, die Spielreihen könnte ich jetzt noch und nöcher nennen. Gothic, ja gut, das habe ich schon letztendlich. Also, zumindest angefangen kann ich ja leider nicht weitermachen. Äh, da kann ich jetzt auch wieder. Baldur's Gate. Das ist jetzt nicht eine große Reihe, aber es sind auch zwei Spiele. Diablo. Oh, ich könnte stundenlang reden. Das stellt mir doch nicht so allgemeine Fragen. Ey, ich werde bekloppt. Hört auf. Warst du auf der Akta-Demo? Ja, war ich. Durchaus. Ich habe demonstriert auf allen Vieren. Nö, ich war schon da. Also, ich war da und habe mir das angeguckt. Und ich musste feststellen, und da bin ich jetzt mal ganz objektiv, dass die Leute nicht richtig clever demonstriert haben. Es bringt nichts, wenn sie da besoffen mit Bierkästen durch die Gegend marschieren. Denn das wirft erstmal ein ganz schlechtes Licht auf die Leute, die da demonstrieren. Es bringt nichts, wenn man einfach nur sinnlos herumgrölt wie so ein Vollidiot. Ähm, man muss Inhalte bieten. Man muss, ähm, versuchen klarzumachen, was uns daran stört. Und nicht einfach nur da mitlaufen und rumschreien wie am Spieß und dabei noch irgendwie Leute anpöbeln. Also, das war teilweise wirklich der Fall. Und das hat mich wirklich aufgeregt. Aber ansonsten finde ich natürlich die Bewegung an sich, dass die Leute auf die Straße gehen und dagegen sich wehren, finde ich toll. Und da wollte ich natürlich auch dabei sein. Aber so ein paar Aspekte sind mir sauer aufgestoßen. Naja, Nummer 7. Sind wir bei Grotesk Grau. Wie siehst du aus? Total erotisch, sexy, blond, blauäugig, groß, muskulös, braungebrannt. Ich bin ein sexy Unterwäschemodel. Was hörst du für Musik? Ähm, habe ich auch schon beantwortet. Afranon, was ist, sind deine Lieblingsfilme? Ach, kacke, jetzt wieder so eine allgemeine Frage. Ah, ihr wisst, dass ich, äh, ich habe über 200 DVDs. Ähm, und ich gehe sehr gerne ins Kino. Ich werde diese Frage nicht beantworten. Ich würde dann einen Film vergessen und das wäre ungerecht. Oh, jetzt, ich wollte gerade einen Filmtitel nennen. Nein, Markus, halt auf die Stauze, Mann. Ich mag viele Filme, sehr viele Filme. Warum machst du so geniale LPs? Ja, mach ich denn geniale Let's Plays? Sehe ich das selber denn so? Weiß ich das? Also, hm, 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 hm. Wie bist du auf die Idee gekommen, LPs zu machen? Ja, habe ich auch schon erklärt. Welche Musik, das habe ich auch schon. Was kommt, also, jetzt kommt Svenorsch 1. Was kommen nächste Zeit für Projekte? Lass dich überraschen. Dann wird es geschehen. Dann werden alle... Ja, wie auch immer. Ähm, sag ich dir nicht. Ähm, Leaudiowor. Wer ist eigentlich dein Lieblings-Let's Player? Und wird es eines Tages ein Herkules-Re-Let's Play geben? Den ersten Teil haben wir schon mal antwortet. Herkules-Re-Let's Play? Nein. Das Spiel ist scheiße. Und das wird es nie wieder geben. So ein Kack. So, Angels Fortune. Was ist deine Lieblings-Süßigkeit? Oh, ich stehe auf Kekse. Und ich mag Schokolade. Und ich esse total gerne Twix. Twix ist cool. Um jetzt mal einen Namen zu nennen. Oder diese komischen Kirschkekse von... Von Grießhorn, glaube ich, oder so. Also so mit Kirschfüllung. Und oben ist es so weiß mit Schoko. Keine Ahnung, wie ich die nennen soll. Gibt es auch in Orange. Die sind bekannter. Oh, und dann halt... Ach ja, Oreo-Kekse sind geil. Aber die mit Überzug. Mit Schoko oder dieser weißen Überflüssigkeit da. Das ist lecker. Ja, ja. Was ist das schlechteste Spiel, was du hier immer gespielt hast? Und das ist auch so kacke, Mann. Spielt ihr immer 15 Jahre Videospiele? Und dann sagt mir mal, was ihr als schlechteste Spieler achtet. Ich habe so viele beschissene Spiele kennengelernt. Und das Lustige ist, an schlechten Spielen, die spiele ich an, stelle nach einer Stunde fest, die gefallen mir nicht. Und dann höre ich auf, die zu spielen. Von daher bleiben die auch nicht in meiner Erinnerung. Wie soll ich euch denn da jetzt einen Titel nennen? Kann ich nicht. Scheißspiele beachte ich nicht. Daher weiß ich nicht. Herkules fällt mir jetzt ein, weil ich es gespielt habe als Let's Play. Das ist ein Kackspiel. So ein Scheißspiel. Also ich meine, das ist wirklich Software-Schrott. Und einige trotzdem finden das total klasse. Da spielen und ich weiß nicht, was die geritten hat. So, warum fängst du immer an mit Moin Moin und herzlich willkommen? Du hast das Halihallo vergessen. Und das will ich mir auch abgefühlen. Nein, aber ich will das nicht. Das ist halt, ich habe halt festgestellt, dass viele Let's Player so eine bestimmte Begrüßungsfloskel haben. Und das ist halt meine. Das hat sich so eingebürgert. Ich habe irgendwann damit angefangen. Dann haben einige geschrieben, dass sie es voll klasse finden. Und dann habe ich es beibehalten. Also da gibt es keine Story. Das habe ich einfach so beibehalten. Und das ist ja auch ein Wiedererkennungswert, der dadurch wiedergespiegelt wird. Ist ja keine schlechte Sache. Long Beach. Ich schätze mal, das soll das heißen. Wie findest du Final Fantasy? Habe ich im Grunde genommen schon beantwortet. Bis 10 finde ich die meisten Teile davon klasse. Teil 7 ist ein bisschen überbewertet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist aber trotzdem ein gutes Spiel. 8, 9 habe ich gerne gespielt. Den 6er leider nicht. 10 habe ich auch noch sehr gerne gespielt. Bei 10, 2 wurde es mir irgendwie zu bunt mit den ganzen Frauen. Das war total bescheuert. Und ja. Planmeister29 stellt mir jetzt eine ganz besonders geistreiche Frage. Wie alt bist du in 90 Jahren? 111. 12. 13. Ich bin alt dann. Und wahrscheinlich gar nicht mehr im Leben. Oh, so viele Fragen. WT Kassler schreibt mir. Wie viel lange nehme ich jetzt schon auf? 1 Stunde 25. Leute, ich werde das am Stück hochladen. Ich werde euch richtig ärgern. Ich werde das am Stück hochladen. So. Ja gut. Der WT Kassler fragt mich. Was ist schlimmer? Die Innenstadt in Rendsburg. Oder das Gefühl, wenn einem das Klowasser beim Kacken an den Arsch spritzt. Oh Gott. Oh Gott. Also ich war noch nicht so oft in der Innenstadt von Rendsburg. Daher kann ich diese Frage nicht beantworten. Ich komme nicht aus Rendsburg. Wolltest du da so ein bisschen herausfinden, wo ich wohne? Aber es ist nah genug dran. Aber ich war trotzdem nicht oft da. Klowasser beim Kacken an den Arsch spritzt. Das ist so eklig das Gefühl. Also das kann wirklich jeder nachempfinden. Boah ist das. Hast du früher Warcraft 3 gespielt? Oh ja. Habe ich irgendwann auch schon mal erzählt. Habe ich. Und zwar habe ich meistens immer diese selbst erstellten Maps gebaut. Äh gemacht. Nicht gebaut. Ich habe sie gespielt. Und zwar diese Tower Defenses. Und Dota habe ich auch gespielt. Das habe ich hauptsächlich gespielt. Warcraft 3 eher weniger. Weil das ähm Multiplayer Modus. Da wurde ich immer weggerotzt. Das war irgendwie nicht so mein Ding. Hast du von Anfang an früher World of Warcraft gespielt? Ja so einen Monat nach dem Erscheinen habe ich es angefangen. Ja doch. Wirst du irgendwann Dungeon Siege 1 oder 2 let's playen. Vielleicht sogar ein Together. Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich das tun? Also ich kenne den ersten Teil. Den habe ich gespielt. Den zweiten noch nicht. Ist ein ganz nettes Hack'n'Slay Rollenspiel. Aber muss ich nun echt nicht let's playen. Wie lange schätzt du, wenn deine Schamhaare, wenn du sie ein Jahr nicht rasierst? Woher willst du wissen, dass ich meine Schamhaare rasiere? Ich stehe auf Natur. Nein, das werde ich euch natürlich nicht. Das ist eine Scheißfrage. Erstmal glaube ich, dass die irgendwann aufhören zu wachsen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die auf ewig weiter wachsen. Aber da weiß ich jetzt auch nicht Bescheid drüber. Nee, komm weiter. Wie bist du zum Letzwehen gekommen? Habe ich schon beantwortet. Hast du einen Bart? Nein, aber ich könnte mir ja einen stehen lassen. Lasse ich aber lieber doch bleiben. Cosmo Cat Kyoko. Hey, na? Dass du mir hier auch Fragen stellst. Coole Sache. Dann wollen wir mal losfragen. Wirst du die Banjo-Spiele irgendwann nochmal aufnehmen? Nein. Das Kapitel ist endgültig abgeschlossen. Das war ja ein Krampf mit dem Spiel. Also gerade Banjo-Tooie habe ich ja... Also Banjo-Kazooie schließe ich nicht aus. Das ist ja schnell gespielt. Das mache ich vielleicht irgendwann nochmal. Aber Banjo-Tooie fasse ich nicht nochmal als Letzplay an. Das ist so oft gescheitert. Das lassen wir. Was ist dein Liebling Schnitzelgericht? Habe ich schon gesagt. Wiener Schnitzel. Geht nichts drüber. Welches Spiel würde als Letzplay Together mit Lanty eigentlich nur in einer Katastrophe enden? Oh, bestimmt irgendwie was richtig Hartes, wo man irgendwie... Irgend so ein ganz schweres Jump'n'Run und das ist ja... Also wir würden uns wahrscheinlich nur gegenseitig anzanken. Also das würde wirklich in einer Katastrophe enden. Sonst wüsste ich es auch nicht so genau. Weiß ich nicht. Vielleicht muss das Spiel ja noch erfunden werden. Gibt es so ein Spiel überhaupt? Ja, genau. Das habe ich ja auch gerade gesagt. Weiß ich nicht, ob es so ein Spiel gibt. Ich glaube, momentan können wir eigentlich alles zusammen spielen. Die Frage ist nur wie, ne? Also, wann hast du mit Zocken angefangen und welches war dein erstes Spiel? Ja, ich habe mit Zocken angefangen... Boah, da war ich 5 oder 6. Da hatte ich ein Game Boy und da habe ich Super Mario Land gespielt drauf. Ja. Und meinen ersten PC hatte ich mit 98. 1998. Damals noch ein Pentium 2 mit 400 MHz vom Aldi-Markt. Und da habe ich dann Tonic Trouble drauf gespielt, was es ja auch für ein N64 gibt. Aber das gab es auch für ein PC, das Spiel. Das war nämlich dabei und das habe ich dann da drauf gespielt und habe nie gescheckt, wie es funktioniert. Hatte natürlich aber vorher, bevor ich meinen ersten PC hatte, ein N64, eine Super Nintendo und hatte auch meine ersten Erfahrungen bei Kumpels mit der... mit Sega-Konsolen sammeln können. Also, joa, schon ziemlich lange, wie ich zocke. So, was würdest du dir für deine Zukunft auf YouTube wünschen, fragt sie. Hm. Ja, also, dass es alles erstmal so weitergeht, würde ich sagen, ne. Dass ich immer noch Spaß an der Freude habe, dass ich immer noch Zuschauer habe wie euch. Dass, äh, mir einfach sehr viel Spaß bereitet, weil ihr tolle Zuschauer seid. Dass ich eventuell auch meine Bekanntheit ein bisschen steigern kann, das will man natürlich, ne. Man hat ja auch, ähm, man will ja auch mehr Leute erreichen und mehr Leute zum, äh, Schmunzeln bringen oder was auch immer ich die Leute, wozu ich sie auch immer bringe. Vielleicht bringe ich sie auch zum Kotzen, dann will ich auch mehr Leute zum Kotzen bringen. Also, ich bin ja ganz egoistisch. Ähm, dass ich halt ein bisschen... Dass es alles so weitergeht und nach und nach alles ein bisschen größer wird, das wär cool. Wieso sagst du FHQ? Weil ich mich versprochen habe und ein Trottel bin, Mr. Drakon123. Magst du Wurst wirklich so gerne? Ja, Wurst ist super, also, das ist das Steak des kleinen Mannes. Und wie steht es mit Käse? Hab ich schon mal antwortet. Käse ist spitze. Weiter geht das. Schnabeltassenmaus. Heya, na du? Okay. Spaghetti. Schneiden oder aufdrehen? Aufdrehen. Schneiden. Bin ich denn doch Oma oder was? Die nicht mehr richtig... Ne, ne. Ich dreh die auf. Sesamstraße oder Hallo Spencer? Hallo Spencer! Also, die besten Erinnerungen habe ich scheinbar an Hallo Spencer. Ich kann mich aber nicht wirklich entscheiden, das war beides sehr putzig. Gibst du Lenti meine Nummer? Aha, was für eine Nummer? Was für eine Nummer? Ich dachte, du liebst nur mich. Ne, gebe ich nicht. Außer Empfülle. So, The Shadow Maker 97. Seid ihr da immer geboren? Ey, dann bist du wie alt? 15. Ja, so jung. Ich will auch wieder so jung sein. Machst du mal ein Koop-Projekt mit Chainsawman16? So, jetzt muss ich mal was erzählen. Mit Chainsawman16 habe ich nichts mehr zu tun eigentlich. Das hat sich im Sande verlaufen. Wir haben uns mal richtig gut verstanden, aber mittlerweile... Das passt nicht mehr. Wir passen nicht mehr zusammen. Das möchte ich auch gar nicht platt treten. Ist halt privat. Nein, mit Chainsawman16 wird garantiert kein Koop-Projekt stattfinden. Was ist dein Lieblingsspiel? Ach ja, habe ich schon mal antwortet. Kann ich nicht beantworten. Was ist dein Lieblingsspiel von denen, die du aufgenommen hast? Auch von den Projekten, die ich schon gelöscht habe? Nö, jetzt nehme ich nur die Projekte, die ich jetzt bereits aufgenommen habe. Und da würde ich ganz klar sagen... Conquers Bad Fur Day. Von denen, die ich jetzt aufgenommen habe... Ne, Paper Mario steht noch über Conquers Bad Fur Day, weil ich damit auch was verbinde. Habe ich damals auch besessen das Spiel. Und Conquers Bad Fur Day habe ich erst wesentlich später gespielt. Darum Nostalgie-Faktor und so, Paper Mario. Dein erstes Spiel? Ja, Super Mario Land für den Game Boy habe ich ja unterschwellig schon beantwortet. Was ist deine Lieblingsspiele-Firma? Ja, Nintendo. Habe ich auch eigentlich schon unterschwellig beantwortet. Muss ich auch nicht nochmal platt treten. Dein Lieblingslied? Habe ich derzeit nicht. Machst du mal ein Cam-Confusion-Projekt? Damit meint er mit Cam oder was? Nein, auch das wird nicht geschehen. Siehe, warum ich mich nicht zeige. Wobei eventuell, wenn ich mich dann doch dazu entschließen sollte, irgendwann eine nahe Zukunft für mich zu zeigen, dann wird es vielleicht sowas auch mal geben. Vor allem beim Horrorspiel könnte das bei mir sehr lustig sein. Wer ist, falls du einen hast, dein Lieblings-Let's-Wer? Hatten wir schon. Dein Lieblings-Shooter? Dein Lieblings-Ego-Shooter? Uh, das ist schon schwerer. Ich habe auch schon verdammt viele Shooter gespielt. Half-Life, der erste. Das ist einfach ein tolles Spiel. Und wenn ich mal ein Spiel aus 2011 nehmen sollte, das ich gespielt habe, dann ist es auf jeden Fall Bulletstorm, weil das ist einfach ein herrlich bekloppter Spiel. Das nimmt sich selber nicht ernst und das finde ich so prima in dem Spiel. Magst du wirklich Würste? Ne, finde ich scheiße. Ich mag auch Tee und Würste, hast du recht. Du kennst mich gut. Ey, Akkus, hast du mal eine Faust kassiert, Digga? Jonas Ruffelkopter. Yo, man. Ähm, nö. Habe ich nie. Das ist verwunderlich, ne? Bei meiner großen Fresse, nee. Habe ich wirklich nie kassiert. Ich weiß halt, bei wem ich es machen kann und bei mir nicht. So, der Yengu-LP. Wirst du irgendwann das LP in Aufhören? Ich hoffe natürlich nicht. Das kann ich doch nicht sagen, Freundchen. Bin ich Madame Esmaralda mit der großen Wahrheitskugel hier, mit der großen Weissagekugel und kann in die Zukunft schauen? Du weißt doch niemals, was für Umstände in meinem Leben später irgendwann herrschen werden. Es kann doch alles passieren. Ich kann dir das nicht beantworten. Echt nicht. Also, äh, es gibt zur Zeit auf jeden Fall kein Ende. Dafür macht es mir einfach zu viel Spaß. Wie hast du, Matze, Scha- Entschuldigung. Shane's No Man 16 und Arknay und so kennengelernt. Und so. Äh, ja. Shane's No Man 16 habe ich halt damals, das habe ich glaube ich auch schon erzählt, ne? Dadurch, dass ich auf ihn Aufmerksamkeh- Ich bin auf ihn aufmerksam geworden, äh, in YouTube. Und da habe ich ihn angeschrieben und da haben wir uns geaddet und da haben wir uns verstanden. Fertig ist die Sache. Arknay kenne ich eigentlich gar nicht so doll. Den habe ich auch mal in Skype gehabt, habe auch mal mit ihm gesprochen. Aber ich würde nicht sagen, dass ich den jetzt so kennengelernt habe. Mit dem habe ich kaum ein Wort gewechselt. Mehr so noch mit V-Hawk-LP, Mr. Mörr und so, ne? Und Emre, Karpelab, also mit denen hatte ich mehr Kontakt, sage ich mal. Wer ist dein erstes Videospiel? Habe ich schon mal antwortet. Liest du das öfteren? Und was? Oh, ich bin eine absolute Leseratte. Und, ähm, zur Zeit lese ich vor allem am liebsten Fantasy. Fantasy, da lese ich momentan auch was ganz dolles. Wupp, warte mal. Ich habe da heute erst angefangen, deswegen weiß ich nicht genau, wie das heißt. Das ist nämlich ein Zyklus wieder und dann ist es immer schwer zu sagen, wie der Zyklus dann heißt. Denn hier steht jetzt zum Beispiel Gambit der Magier. Das ist dann einfach der Buchtitel eines Buches. Moment. Auge, Auge, das müsste Dings sein. Das Auge Aldur oder so. Darum geht es nämlich hauptsächlich in dem Buch. Ne, ist ja auch scheißegal. Also am liebsten lese ich halt Fantasy. Gut geschriebene Fantasy. Vor allem alte Schinken sind teilweise wirklich tolle Sachen. Ich lese aber auch ab und zu mal einen schlechten Thriller, weil ich mich dann daran amüsieren kann, weil ich schon nach der zehnten Seite weiß, wer der Mörder ist. Finde ich immer lustig. Habe ich letztens einen gehabt. Die lese ich dann auch manchmal in einem Rutsch durch. Ich bin sehr schnell im Lesen. Also und historische Romane habe ich meine Zeit lang ganz gerne gelesen. Nur ist dieser Markt total von so Frauenromanen überschwemmt. Diese, die Wanderhure und all so ein Scheiß. Das ist so ein Frauenkram. Aber es gibt auch historische Romane, die für Männer geeignet sind. Ich sage nur, der absolute Klassiker ist im Namen der Rose. Also da sollte einigen von euch ein Begriff sein. Gibt es auch eine Verfilmung mit Sean Connery. Sehr zu empfehlen. So, dann fragt mich jetzt der Tuete Productions. Welches war dein erstes Videospiel? Ach ne, den hatte ich ja eben schon. Also wer ist der Lieblings-Gutuber? Das hatten wir auch schon gut. Also entweder bist du blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd. Es ist Obst im Haus. Welche war deine liebste Pokémon-Generation? Also ich muss da wirklich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die rote und blaue Generation, also die erste Generation nehme oder die zweite Generation mit der goldenen und silbernen Dünchen. Ich nehme, glaube ich, mal die erste Generation. Die waren auch so schön übersichtlich. Wirst du manchmal von Möwen geweckt oder sind die zu weit weg von dir? Die sind zu weit weg von mir. Ich wohne zwar relativ nah am Meer, aber von Möwen geweckt wurde ich meines Erachtens noch nicht. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Besitzt du eine Nintendo 3DS? Leider nein. Wird aber irgendwann nochmal kommen, wenn ich mal Geld habe. Habe ich aber nie. Wie findest du die YouTube-Special-Einheit? Finde ich voll cool. Die kümmern sich um jedes Problem. Stelle ich zu viele Fragen? Nein, nein, nein. Da waren schon einige viel krasser. Was glaubst du, wie viele Videos du bis jetzt insgesamt produziert hast? Oh, over 9000. Weiß ich nicht. Viele. Viel zu viele. So, ich glaube, das reicht. Ja, ich beantworte alle Fragen, mein Lieber. Also mach dir da mal keinen Kopf. Wie geht es Lucky? Den gibt es prächtig. Ach hier, Peppercat, ne? Ja, klar. Wann zockst du endlich wieder GTA? Ja, habe ich ja schon vermutet, dass du das fragen würdest. Ist nicht geplant momentan. Tut mir leid. Gap the Dreamer. Erstens. Denkst du, dass du dir irgendwann einen Grapper kaufen wirst, um neue epische Let's Plays zu machen? Ähm, ja, wenn ich mal Geld habe, hatte ich das durchaus vor, weil es da halt viele Spiele gibt, die ich nur mit einem Grabber gut spielen kann, weil die Emulatoren auf diesem Gebiet eher nicht so prächtig sind. Aber, wie gesagt, momentan ist da alles ein bisschen Ebbe in der Kasse. Muss ich mal gucken, wenn das dann mal so weit ist. Aber ich habe noch genug Titel, die ich so Let's Plays kann. Was ist deine Meinung zu Terraria, falls du es kennst? Ja, ich habe das irgendwie aus Steam, habe ich mal geschenkt bekommen von jemandem. Habe ich aber nie gespielt. Habe ich keine Meinung dazu. Stumpfe Frage. Wie stehst du zu Salamis? Finde ich super. Viel zu fettig, aber geil. Viertens. Denkst du, dass du irgendwann over 9000 Abos haben wirst? Ja, irgendwann nicht. 30 Jahre Let's Plays bestimmt. Wirst du in nächster Zeit auf High Five... Nein, High Five United ist daher auch gestorben, weil ich halt mit Matze nicht mehr so viel zu tun habe, mit Chainsawman16. Im Grunde haben wir gar nichts mehr miteinander zu tun, aber es ist schon längere Zeit so. Und auch als High Five United gegründet wurde, war das alles eher schon kein großartiger Kontakt mehr, der zwischen uns geherrscht hat. Das war immer so... Ja... Das war... Also bin ich nicht dabei. So, Sepokinino. Wie zeuge ich ein Kind? Ja, du nimmst den Penis, den du hoffentlich hast, den steckst du dann in die Vagina der Frau und dann bewegst du dich auf und ab und auf und ab und irgendwann dann spritzt da sowas Milch. Wie ich weiß, ist es aus deinem Gemächt und das nennt man Sperma und da sind Samen drin und die Samen, die befruchten dann die Eizelle und dann ist die Frau schwanger und dann kommt da irgendwann das hässliche Kind zur Welt. Welches Pokémon Let's Play wirst du als nächstes Let's Playen? Ich habe bisher noch kein einziges Pokémon Let's Play gemacht, also werde ich auch nicht eins als nächstes Let's Playen. Wozu braucht man eine Batterie zum Sex? Braucht man nicht. Was kam zuerst? Das Huhn oder Ei? Ach, die klassische Frage. Das Huhn. Weißt du, wie die Coca-Cola-Formel ist? Oh, wenn ich das wüsste, wäre ich aber reich, du. Isst du einen Goldfisch und wieso? Nein, esse ich nicht. Hä? Was? Also einige Fragen muss ich nicht verstehen, ne? So, weiter geht das. Ach, Savaki. Ach, den kenne ich doch auch hier. FHQ, gleich Führerhauptquartier, auch erster Eintrag bei Google. Ach, du alter Nazi. Ja, das war natürlich jetzt keine Absicht, ne? Ähm, falls die Frage nicht zu privat ist und du sie noch schon, ähm, ich habe schon mitbekommen, dass relativ viele Leute aus der LP- und YouTube-Branche später mal was mit Filmen beziehungsweise Medien machen wollen oder schon machen. Wie schaut das bei dir aus und wie stellst du dir deine LP-Laufwahn in Zukunft vor? Also, das wäre großartig, wenn ich was in diesem Bereich machen könnte, natürlich. Nur lerne ich gerade was in einer ganz anderen Richtung und das hier ist nur Hobby. Und auch das Let's Play wirst du ja nicht beruflich machen können. Ich bin kein Gronkh mit so und so vielen Views. Von daher wird das so oder so nichts und da bin ich auch viel zu speziell als Let's Player, dass ich da wirklich massentaugliche Ware produzieren könnte. Nein. Ähm, stell ich mir eigentlich gar nicht großartig vor. Ich glaube, da wird auch nicht viel laufen. Da. Das wird ein Hobby bleiben und fertig. Also, pfff, wäre schön, wenn es anders wäre, aber da mache ich mir keine falschen Hoffnungen, weil dann werde ich auch nur enttäuschen. Wenn ich mir einfach nichts erhoffe, dann ist es auch gut so. Akos, machen wir mal ein Together. Warum nicht? fragt der Zeron-LP. Weil dann jeder kommen würde und mir ein Together machen will. Du bist nicht der Erste, der fragt. Ich werde das andauernd gefragt. Und ich sage jedem Nein. Wenn ich dich ein bisschen kennen würde, dann wäre das absolut kein Problem. Aber einfach so Ja sagen mit einer fremden Person, kann ich nicht machen. Schatz-LP oder Schatz-LP? Also mit ZZ geschrieben. Und SH, keine Ahnung. Ab welcher Pokémon-Generation findest du die Pokémon-Spiele nicht mehr so gut? Ähm, also die für den DS kamen, bevor Black and White kamen. Die habe ich überhaupt nicht mehr beachtet. Weil die Pokémon, die werden auch immer hässlicher. Also ich sage mal, bis zur zweiten Generation ist das alles noch cool und dann nimmt das langsam stetig ab. Das ist wirklich so eine Kurve, die langsam runter geht. Das wird immer schlechter. Ähm, die Pokémon, man merkt, dass die auch unkreativ werden. Die wissen nicht mehr, wie sie ihre Pokémon zu designen haben. Das ist schon... Näh. So, der Vaiten123 fragt. So wie du es aussprichst, heißt es ja... Da hast du nochmal mich darauf... Du bist der gebildetste Mann der Welt. Dankeschön. Weiß ich. Good Gaming AP. Warum wirst du diese Frage nicht be... Oh, ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Tut mir leid. Das ist vulgär und gehört sich nicht in einem Let's Play. Das ist aber kein Let's Play. Ich habe ja Glück gehabt. Good Gaming AP. Warum wirst du diese Frage nicht beantworten? Habe ich doch. Hii. Stefan SRT. Hallo, Akkus. Wie kamst du zu Shenzerman16? Wie auch LP Mr. Möhr? Habe ich schon erklärt. Wie ist es für deine Zukunft bei Hi5 United? Habe ich erklärt. Gar nicht. Bin ich nicht mehr. Wird nichts mehr kommen. Sind weitere Let's Play Together mit anderen LPern geplant? Gruß an Lenti. Ähm. Mit anderen Let's Playern nicht. Nein. Da bin ich eigentlich noch zu haben. Doch mit Mr. Möhr wollte ich was machen. Aber ob das klappt, ist immer so eine Sache bei ihm. Müssen wir mal gucken. Was begeistert dich an RPGs und Point-and-Click-Spielen? Und was hältst du von einer Fallout-Reihe? Oh, was begeistert dich daran? Also Rollenspiele, RPGs. Da liegt natürlich immer das Hauptaugenmerk für mich bei einem RPG auf die Geschichte, die erzählt wird. Die muss natürlich spannend, packend, mitreißend sein. Ähm. Dann ist natürlich auch wichtig für mich immer, dass die Charaktere stimmen. Dass sie eventuell sogar eine Entwicklung durchmachen. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man mitleidet mit den Charakteren. Und wenn man, ähm, ich gebe mal ein gutes Beispiel, wenn gutes Charakterdesign da ist. Wenn man einen Charakter, ähm, wenn man wirklich um ihn ein wenig trauert, sollte er sterben oder so, dann haben die alles richtig gemacht. Oder sollte man jemanden so sehr hassen, dass man ihn einfach nur, äh, umbringen will in diesem Spiel, dann hat man was richtig gemacht. Und das, äh, ist etwas, was in einem Rollenspiel immer wichtig ist. Man möchte hier in eine andere Rolle schlüpfen, man möchte in eine andere Welt eintauchen. Und das finde ich immer sehr wichtig. Das ganze drumherum mit den Kämpfen und so und Grafik und so. Das ist alles so das hübsche Beiwerk. Aber die Hauptaugenmerke eines Rollenspiels sagen ja alleine schon den, also sagt ja alleine schon der Begriff, was das Hauptaugenmerk sein sollte. Point-and-Klick-Spiele ist es fast sogar eh nicht. Die Story ist mir da sehr wichtig. Und da ist es mir aber auch wichtig, dass die Mischung aus, äh, Rätsel-Einlagen, dass die nicht, ähm, zu leicht, aber auch nicht zu hart ist. Das ist mir auch wichtig, weil ich sonst nicht weiterkomme. Das, das muss immer eine gute Mischung sein. Es müssen logisch nachvollziehbare Rätsel sein. Das ist immer wichtig, dass man da irgendwie drauf kommen kann. Also es ist schwer, aber, äh, es ist, ähm, teilweise gibt es wirklich, ähm, Spiele, wo die Rätsel ganz schwer nachzuvollziehen sind. Und natürlich da auch Charaktere, Story, äh, da, da gibt es viele Faktoren, ne. Und Soundtrack ist natürlich auch immer wichtig bei beiden Spielen, weil das Ohr, das, äh, genießt nun mal mit. Und auch Soundtracks bleiben einem einfach im Ohr hängen und man nimmt dann die Erinnerung auch mit. Und hört dann eventuell auch, äh, über dem Spiel hinaus noch ab und zu mal den Soundtrack. Und, ja. Ja, ich weiß, ich hab wieder viel Unsinn geredet, aber ihr wisst hoffentlich, worauf ich hinaus will. Fallout 3, ja, ich hab den zweiten mal kurz angespielt und den dritten auch mal kurz angespielt. Hab ich, kann ich absolut nichts zu sagen. Ähm, muss ich auf jeden Fall nochmal nachholen, sollen ja wirklich wahre Perlen sein. So, muss dich nicht entschuldigen, wenn die schon mal kamen. Sei doch mal ein bisschen selbstbewusster, nicht immer dieses Entschuldigen, dieses Devote. Muss doch nicht sein, Stefan. Mensch, in Skinness. So, der FreakWarLP fragt, was ist dein Lieblingsspiel und warum? Hab ich beantwortet, was war dein, hab ich beantwortet? Playstation 3, der Xbox 360. Ähm, ich bin eigentlich ein Sony-Fanboy, wenn ich nach, also nach Nintendo kommt eigentlich bei mir Sony. Ähm, deswegen Playstation 3. Ich hab aber mal eine Xbox 360 besessen, weil ich die geschenkt bekommen habe. Musste ich dann aber verkaufen. Aber ich sag mal Playstation 3, die hab ich zwar nicht, aber da gibt's auch ein paar coole Titel. Ähm, welches Videospiel-Genre hab ich beantwortet? Wie bist du zum Let's Playen gekommen? Hab ich beantwortet, was ist dein Lieblingsessen? Hab ich beantwortet, was ist dein Lieblingsfilm? Hab ich beantwortet. Wird es noch bei RTL? Hab ich beantwortet, super. Ähm, German, was machst du? German CA Gamer, was machst du beruflich? Hab ich beantwortet. German Game Insider, wenn du dein Leben nochmal leben könntest, würdest du alles genauso machen? Nein, ich würde meine Brillen bei 4 Mann kaufen. Hä? Außer zum nächsten Mal deine Videos zu löschen. Ja, dankeschön. Streu ruhig Salz in die Wunde. Käse oder Schinken? Wieso heißt der Arcus LP? Also erstmal das Erste. Ich würde... Das ist das Blöde. Das ist eine blöde Frage. Nein, ich würde definitiv nicht alles nochmal genauso machen. Aber ich gehe da nicht ins Detail. Das wäre sehr privat. Käse oder Schinken? Dann doch lieber Käse. Wie heißt du... Wieso heißt du Arcus LP? Arcus ist halt ein alter Nick von mir. Ich möchte das jetzt aber nicht erklären. Das habe ich schon allen Leuten 10.000 Mal erklärt. Das möchte ich jetzt nicht nochmal machen. LP halt wegen Let's Play. Ist ja ganz logisch. Ach komm, Arcus. Ich erkläre es doch mal ganz kurz. Aber ein für alle Mal. Dann mache ich es nie wieder. Arcus anstand damals in Schulzeiten. Da gab es eine Computer AG, bei der ich ab und zu war. Da hatte ich zu Hause noch nicht so freie Internetzeiten. Da war das alles noch ein bisschen beschränkt. Und dann ist man da halt gerne hingegangen, um im Internet rumzusurfen. Und da sind wir immer in so einen Chatraum gegangen. So Chatworld war das glaube ich sogar. Und da gab es den Zauberwald. Das war so ein Rollenspiel-Chat. Und da sind wir mal reingegangen. Haben dann ein bisschen rumgeroll spielt. Wir waren noch sehr jung. Das war eher dilettantisch. Und die Leute da drinnen fanden das auch nicht so lustig, wenn wir da waren. Wobei wir echt unser Bestes gegeben haben. Und einer hieß halt Ark Van Dark. Und den Namen fand ich cool. Und dann habe ich den ein bisschen umgewandelt. Weil ich was kurzes Griffiges brauchte. Weil ich dann irgendwann mal eine E-Mail-Adresse erstellt habe. Da musste ich an Ark Van Dark denken. Dachte an Ark, Ark. Nicht der Typ aus Terranigma. Und habe dann einfach Arkus genommen. Das kam dann so ganz spontan in meinen Kopf. Und seitdem habe ich den Nick. Und das ist jetzt bestimmt schon... Boah... Acht Jahre so. Oder länger. Ich weiß es nicht. Ich habe den Namen schon sehr lange. Und seitdem benutze ich den. Ist manchmal aber auch vergeben. Weil es ist natürlich doch ein Name, der vielleicht ab und zu mal jemand anderen einfällt. Aber an sich könnt ihr fast davon ausgehen, wenn ihr irgendwo Arkus seht, dass ich das bin. Und ja. Cool, ne? Finde ich cool. Spielt ihr eigentlich außerhalb von LPs privat? Natürlich. Tue ich das. Aber in letzter Zeit viel zu wenig, weil die Zeit halt dazu fehlt. Das Let's Play nimmt halt doch viel Zeit in Anspruch. Und dann spiele ich halt da so meine Spiele. Und meistens denke ich mir mittlerweile auch so, wenn ich ein neues Spiel habe, komm, dann machst du gleich ein Let's Play davon. Ist doch auch nicht schlecht. Dann kannst du dabei noch ein bisschen rumquatschen. Und genieß das Spiel auf eine andere Art und Weise. Aber ab und zu ist es nochmal ganz gut zum Entspannen, wenn man mal privat für sich spielt und dabei nicht die ganze Zeit quatschen muss. Merkst du Final Fantasy Reihe? Ja, habe ich schon beantwortet. Bist du politisch engagiert? Nö, eigentlich überhaupt nicht. Wobei der Lanty-LP mich dazu bewegen will, dass ich den Piraten beitrete. Aber das werde ich nicht tun. Bin ich eigentlich wirklich nicht. Also ich interessiere mich schon dafür ein bisschen und ich bin auch niemand, der die Augen verschließt. Und ich gehe auch schön wählen und informiere mich da, wer dann am besten meine politischen Interessen vertritt. Aber so jetzt engagiert, dass ich sagen würde, ich nehme an einer Partei teil und versuche irgendwie Politik aktiv mitzugestalten, das tue ich nicht. Wie war dein Notendurchschnitt bei deinem Abschlusszeugnis? Weiß ich nicht mehr. Irgendwas mit drei. Wenn du ein Pokémon wärst... Ne, mit zwei irgendwas. Aber Ende der zwei. Also fast die drei. Wenn du ein Pokémon wärst, was für eins wärst du dann? Relaxo. Ne, weiß ich nicht. Wie findest du die Harry Potter-Filmebücher? Wow, find ich ganz gut. Stell zufrieden... Ich stelle zu viele Fragen, richtig? Nö, Pascho. Kannst du das englische Alphabet aufsagen? Mach ich jetzt aber nicht. Aber würde ich wahrscheinlich hinbekommen. Ja, wahrscheinlich wegen meinem Fehler hier. THQ. Oh ja. Komm, leg mir doch alles auf die Goldwaage. Magst du den liebstenfalls zu anderen Let's-Play-Shows? Welche anderen? Ich vergesse die ganze Zeit, dass ihr die Fragen nicht lesen könnt. Deswegen verschlucke ich immer die Hälfte. Ich bin so ein Trottel. Ich nehme das ja gerade per Audio-Tool auf. Naja. Naja. Egal. Da habe ich auf jeden Fall schon mal antwortet. So. Weiter geht's. Bricks von HönnLP. Alter Falter, eure Namen. Spielst du gerne Shooter? Ja. Habe ich auch schon mal antwortet. PCler oder Consolero? Ja. Also momentan habe ich nur alte klassische Konsolen. Außer die Wii jetzt mal. Von daher spiele ich eigentlich mehr am PC. Bin aber ursprünglich mehr der Consolero. Weil ich halt, wenn ich es auf die Zeit hochrechne, die ich an Videospielen verbracht habe, bin ich am meisten an einer Konsole gesessen. Ja. Das muss man wirklich sagen. Ja. Wo das stimmt glaube ich gar nicht. Weil World of Warcraft kam und Counter-Strike. Da war ich ja sehr aktiv. Äh. Ich bin beides. Ich bin beides. Ähm. LP Fan Pascal. Was würdest du tun, wenn du den ganzen Tag lang unsichtbar sein könntest? Ja. Das sind natürlich schmutzige Dinge, die ich tun würde. Nö. Ich würde ohne Witz, da würde ich ganz ehrlich kriminelle Sachen machen. Ich würde vermutlich wirklich eine Bank überfallen oder so einen Scheiß. Da hätte ich ausgesorgt für den Rest des Lebens. Die Banken würden es eh nicht vermissen. Ach komm Scheiß drauf ey. Die bescheißen uns doch sowieso ey. Als würde ich da Gewissensbisse haben, weil ich eine Bank überfalle. Ich würde jetzt aber nicht irgendwie Leute umbringen oder so. Dann wäre ich ja wirklich krank. Nö. Aber sowas würde ich machen. Und dann noch ein bisschen Schabernack, ne. Meine Freunde und Verwandte ein bisschen ärgern. Das ist halt so lustig. Magst du Wrestling? Ja. Habe ich mal eine Zeit lang sehr gerne geguckt. Mittlerweile aber schon ewig nicht mehr gesehen. Aber durchaus eine tolle Sache. Finde ich interessant. Und ist auf jeden Fall lustig, sich anzuschauen. Ist dieser Satz falsch, nicht Spaß? Hey Domi, machst du auch mal eine Art Fantreffen? Nö. Also das ist überhaupt nicht geplant. Da wird auch keiner kommen. Wo soll man sich denn treffen? Da kann man es noch niemandem recht machen. Ihr kommt doch aus allen Teilen von Deutschlands. Wo sollen wir uns denn da treffen? Dann kommen nachher drei Leute oder was? Ne, ne. Weiß ich nicht. Wenn ich mal so groß wie Gronk bin vielleicht. Zeigst du dich irgendwann mal vor der Kamera? Hatten wir schon. Raust du noch? Jupp. Spiel zu Minecraft? Das hatten wir ja auch schon. Magst du Bratwurst? Ha, ha, ha. Magst du Bratwurst? Was war dein erstes beziehungsweise liebstes Videospiel? Hatten wir schon. Penis. Vagina. Ich mag beides. Guckst du How I Met Your Mother? Wenn ja, wen magst du am liebsten? Ja, ich guck das. Das ist eine coole Serie. Sehr lustig. Und ich mag natürlich am liebsten Barney. Weil Ted ist mir immer so ein bisschen. Ne, ich will heiraten. Ne, ne, ne. Der ist dumm. Aber Barney ist halt, ne, ist halt cool. Muss man sagen. Und Marshall ist auch manchmal sehr lustig. Also im Grunde genommen mag ich alle Charaktere. Ted ist manchmal ein bisschen doof. Und Robin ist auch manchmal ein bisschen doof. Und dass die andauernd zusammenkommen und wieder auseinander gehen, ist auch doof. Und dass es kein Ende findet, diese ganze Serie ist auch doof. Denn ich schaue gerade die aktuelle Staffel auf Englisch und es ist doof, dass es kein Ende gibt. Aber egal. Welches Game kannst du überhaupt nicht leiden? Was labere ich eigentlich? Ich schaue das doch gar nicht auf Englisch. Was labere ich da? Ich habe es gerade durch hineingebracht. Keine Ahnung. Welches Game kannst du überhaupt nicht leiden? Habe ich auch schon mehr oder weniger beantwortet? Kann ich so nicht beantworten. Welche Musik hatte ich schon? Welches Fach war dein Liebstes? Hatte ich schon. Was hältst du von der heutigen Jugend? Oh, habe ich auch schon beantwortet. Holla die Waldfee. Wobei die heutige Jugend... Ne, das habe ich so nicht beantwortet. Nur von der Gaming-Generation. Haltige Jugend. Oh, Kinders. Da kann ich euch was erzählen, du. Die Jugend von heute, das ist unglaublich. Die rennen nur noch durch die Gegend und machen Stress und Stress. Nein. Ich glaube, Jugend ist einfach Jugend. Jugend ist immer gleich scheiße. Man muss sich halt ausprobieren, seine Grenzen herausfinden. Und da ist man halt scheiße. Und vor allem in der Pubertät, da entdeckt man halt noch sein erwachsenes Ich. Man reift heran und da macht man halt Kacke. Was mir aber oft auffällt, und das liegt einfach nur daran, glaube ich, dass ich jetzt eine andere Wahrnehmung habe. Also, mir kommt es oft so vor, als sei die heutige Jugend viel frecher als ich damals. Die trauen sich mir, die Erwachsenen gegenüber. Da hätte ich mich damals teilweise Sachen nicht getraut, die ich teilweise zu sehen bekomme jetzt. Die erschüttern mich dann schon ganz schön stark. Und ich glaube, die verstumpfen auch teilweise ein bisschen. Ich habe immer das Gefühl, die sind gewaltbereiter. Und wenn ich dann so elfjährige Knirpse mir anhören muss, die über Call of Duty im Bus reden, das hätte es damals nicht gegeben bei mir. Aber das liegt einzig und allein in einer Wahrnehmung. Weil halt damals, als ich jung war und es anders war, da habe ich mich auch ganz anders wahrgenommen. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass die Jugend anders ist als damals. Würde ich nicht sagen. Aber ich kann vieles, was die Jugend macht, nicht unbedingt nachvollziehen. Aber das ist ja immer so. Man ist ja älter und ist gereift und versteht das nicht mehr so. Und die sind teilweise wirklich kackenfrech und tun schon Dinge, die normalerweise viel alter nicht unbedingt sind. Und irgendwie ist das mit dem Sex und alles ist auch irgendwie viel früher. Und die ganzen Schwangerschaften, die ja in jungen Jahren jetzt schon stattfinden, das ist ja irgendwie alles ein bisschen komisch. Also die haben Sex in Altersgruppen, wo ich noch mit Lego gespielt habe. So, The True Psycho. So, wie hast du dieses grandiose FAQ gemalt? Oder wo hast du es her? Ja, das habe ich mit meinen grandiosen Paint Skills selber kreiert. Ich werde es danach auch auf E-Mail stellen und verkaufen. Das drucke ich mir dann aus und werde es auf eine Leinwand kleben. Das ist bestimmt ein paar Millionen Euro wert. So, der Gonshiro LP fragt. Was kam zuerst? Ei oder Huhn? Hatten wir schon. Ähm, Kadarin nochmal. Wann ist die Hochzeit mit Lenti? Ach, die hatten wir doch schon längst. Er heißt jetzt Lenti Arcus und ich heiße Arcus Lenti. Wir lieben uns heiß und innig und wir werden auch bald Kinder bekommen. Wieso hast du bis jetzt noch nie dein Gesicht gezeigt? Das habe ich auch schon erklärt. Was war das beste Spiel, was du je gespielt hast? Das habe ich zwar nicht beantwortet, aber das kann ich auch gar nicht beantworten. Gibt es ein Spiel, das deine Kindheit sehr geprägt hat? Ah, Kindheit geprägt. Ich muss sagen, ich bin ja sowieso ein sehr mediales Opfer. Mich hat ja viel geprägt damals. Ich, ähm, ja. Ich habe immer viel Videospiele gespielt. Ich bin seit Kindheitstagen damit in Berührung gekommen. Aber auch mit dem TV-Programm. Damals noch Super RTL, die ganzen Cartoons und so. Und RTL 2, dann später immer nach der Schule. Ähm, was mich wirklich geprägt hat, waren halt an sich, ich sag mal nicht bestimmte Spiele. Sondern der Super Nintendo oder der Nintendo 64 haben mich, denke ich mal, geprägt. Und haben mich zu dem Videospieler gemacht, der ich heute bin. Ich würde nicht sagen, zu dem Menschen, der ich heute bin. Das ist ein bisschen weit hergeholt, ne. Aber haben ja dann, äh, Videospieltechnisch da ein bisschen... Ja, doch, doch. Schön, schön. Ich hoffe, die Frage wurde einigermaßen gut beantwortet. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Wann ist die Hochzeit? Das hatten wir schon. Wie bist du eigentlich drauf gekommen, MPs zu machen? Hatten wir schon. Hattest du irgendein Vorbild? Hatte ich auch schon gesagt. Aber ich habe trotzdem von Anfang an meinen eigenen Stil verfolgt. Das ist nämlich die weitere Frage. Hast du irgendein Vorbild oder hast du von Anfang an deinen eigenen Stil verfolgt? Also ich habe definitiv meinen eigenen Stil verfolgt. Ich habe niemals, und das schwöre ich hoch und heilig, habe ich versucht, jemanden zu kopieren. Das habe ich nie gemacht. Das habe ich wirklich nie gemacht. Und ich glaube nicht, dass mir das jemand vorwerfen kann. Oder kommt einem jemand... Also komme ich euch wie eine Kopie von irgendjemandem vor? Ich glaube nicht. Also habe ich nie gemacht. Ähm, also zweites fände ich das Interessante, was du gerne von Musik hörst. Hatten wir auch schon. Arcus, warum? Darum, sagt der Thirsty100. Und das hat eben übrigens die Taco Queen gefragt. Hallo Taco Queen. Was ich mit dem Stil und dem Vorbild... Ähm, Arcus, welches ist dein Lieblings-Pokémon? Welches war dein schlechtestes Spiel, was du je gespielt hast? Wirst du irgendwann mal ein Pokémon-Spiel let's playen? Lieblings-Pokémon hatten wir, schlechtestes hatten wir Pokémon-Spiel let's playen. Vielleicht, durchaus, äh, ziehe ich in Erwägung, aber ich weiß noch nicht, welches Spiel. Aber es wird bestimmt irgendwann ein Pokémon-Let's Play geben. Das lasse ich mir nicht nehmen. Aber ohne Vorspulen und so'n Scheiß. Ich sehe viele Let's Plays, die spulen dann immer die Kämpfe vor. Das geht mir voll auf den Sack. Oh, da rege ich mich immer auf, wer das macht, ne? Den würde ich nie abonnieren. Wie kann man denn so ein Pokémon-Spiel spielen? Voll dumm. Na, egal. Weil die keine Geduld haben, die Jugend von heute. Okay. Hallo, heiße Timon und habe folgende Fragen. Hallo Timo. Äh, Timon. Tut mir leid. Timon und Pumba. Timon und Pumba. Bekommen wir den echten Akkus mal zu sehen? Hm, hatte ich schon beantwortet. Wie und wieso vor allem hast du Lenti LP kennengelernt? Scherz. Wieso Scherz? Kann ich doch beantworten. Ich habe ihn damals im Let's Play Forum gesehen. Hab gesehen, dass er Lost mag. Hab mich auf YouTube angeschrieben. Hey, du, du magst Lost. Haben wir uns ein bisschen unterhalten. Dann meinte ich irgendwann mal, meinte ich das oder war er das? Ich weiß es nicht mehr genau. Hey, du alte Sackner. So, sag mal, über, äh, private Nachrichten zu schreiben, ist ja doch ein bisschen umständlich. Kann ich dich nicht in Skype adden? Oh, da haben wir uns ein bisschen unterhalten, ein bisschen geschrieben. Haben dann irgendwann das erste Skype-Gespräch geführt und dann, äh, ist eine heiße innige Liebe entstanden. Ja, so war das. Äh, na, 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 na. Hast du Pläne, wie lange du die LP-Sache zelebrieren möchtest, beziehungsweise ob du irgendwann aufhören willst? Habe ich auch schon beantwortet. Äh, kein Ende in Sicht. Okay, genieße dein Leben. Schalom. Weg es, Schneider. Okay, alles klar. Schalom. Ähm, der zu Yoshi-LP. Gab es einen Zeitpunkt in deiner Laufbahn, in dem du alles hinwerfen wolltest? Und wenn ja, wieso? Äh, was meintest du jetzt mit hinwerfen? Äh, in meinem Leben an sich, das wäre zu privat, darüber rede ich jetzt nicht. In der Let's-Play-Karriere, mhm, wo ich alles hinwerfen will, nicht. Nein. Nein. Eigentlich nicht. Ja, ich hab mal so spaßeshalber mal gesagt, ich hör auf, da hab ich mal so einen Tag so eine Phase, aber so ganz, äh, doll bin ich in den Impulsivhandlungen dann doch nicht, weil das würde ich dann doch sehr bereuen. Nein, eigentlich nicht. Warum benutzt du Camtasia anstatt Fraps? Ich benutze normalerweise Fraps, Camtasia benutze ich nur, um meinen Desktop zu filmen. Welchen Emulator benutzt du? Ja, verschiedene, kommt aus Spiel drauf an, ne? Also SNES, ähm, ZSNES. Für den N64, Projekt 64. Und mehr hab ich bisher gar nicht benutzt zum Let's-Playen. Wie kamst du auf den Namen Arcus? Hab ich ja erklärt. Nee, das kann man wirklich so nicht sagen. Also es ist ja so, dass, ähm, ich mit vielen alten Spielen natürlich tolle Erinnerungen verbinde, der Nostalgie-Faktor halt. Und der erzählt halt viel mit, das blenden viele Leute aus, die sagen, damals waren alle Spiele besser. Die blenden das einfach aus, dass das einfach eine große Rolle spielt. Du kannst nicht sagen, dass die heutigen Spiele nicht mehr so gut sind wie die von damals. Ähm, es gibt aber auch mehr Spiele, die scheiße sind. Es gibt, äh, gute Spiele durchaus, die mit damaligen Spielen durchaus konkurrieren können. Aber es gibt halt mittlerweile so viele Spiele, die auf den Markt geschmissen werden, dass da halt auch viel Kacke bei ist. Die halt, äh, von außen sehr geil aussieht, aber von innen total phui ist. Und damals kann man, wenn man ganz streng ist, vielleicht bei einigen Genres sagen, dass da noch ein bisschen mehr aufs Gameplay geachtet wurde. Aber man kann's eigentlich nicht sagen. Ähm. Jump'n'Runs zum Beispiel. Nehmen wir mal ein Beispiel, dass ich das mal veranschaulichen kann. Jump'n'Runs. Da gab's damals halt eine größere Anzahl an Hochkarätern. Damals, das war halt im Kommen, da gab's die besten Spiele. Die besten Jump'n'Run-Spiele. Das kann ich jetzt einfach behaupten. So, dann schaut man sich jetzt heutzutage ein Mario Galaxy an und sieht, aha, das Genre funktioniert auch in der neuen Generation perfekt. Und ist nicht schlechter oder besser als damals. Damals. Aber damals gab's halt, äh, bessere, also mehr, ne, nicht bessere, gab's ja mehr von dieser Sorte. Und, ähm, war halt, ähm, ja, anders. Anders. War einfach anders. Sagen wir einfach, es war anders. Zeiten ändern sich. Und ich spiele ja immer noch ganz gerne alte Spiele. Ich geh mal ganz kurz Skype gucken. Wer hat mir da geschrieben? Shanserman. Shanserman hat mir jetzt geschrieben. Na, du alte Sorge, was machst du so? Ach, das werde ich mir gleich mal... Das wird er ja im Video sehen. So, ähm, das waren alle Fragen, Freunde. Ähnlich hab ich's geschafft. Wie lange haben wir jetzt aufgenommen? Zwei Stunden. Super. Ich lade das jetzt genau so hoch. Ich, äh, hab ja am Anfang gesagt, dass ich das in mundgerechte Häppchen aufteile. Arsch lecken. Ich lade das am Stück hoch. Hihi. Da könnt ihr euch also gleich drauf freuen. Bis gleich. Ciao. Also, weiß nicht, wann ihr das Video kriegt. Aber ich werd's auch am Stück hochladen. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen, äh, zu eurer Zufriedenheit beantworten. Ich habe jetzt zwei Stunden am Stück nur geredet. Ähm, das ist ganz schön anstrengend, Freunde der Sonne. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass ich nicht allzu viel Scheiße gelabert habe. Und, äh, mich nicht allzu häufig verhapselt habe, dass ich das einigermaßen rühmlich über die Bühne gebracht habe. Und ich hoffe, ihr seid da nicht allzu hart in eurer Kritik. Also, Tschüssi Koski, man hört sich und sieht sich.